So, hallo zusammen und willkommen zurück zu Ghostwire Tokyo, an unserem Streamstag Dienstag. Mein Name ist Lance Squid Bird Rider und ihr seht Ghostwire Tokyo. So, hallo. Hallo im Chat. Hallo an alle, die auf YouTube zusehen. Ich hoffe, diesmal hat auch der YouTube Upload eine höhere Qualität. Äh, ich hoffe auch die Streamqualität ist besser, da war irgendwas mit den Einstellungen kaputt und zwar teilweise schon lange. Und ich hoffe, dass das jetzt repariert ist. Und alles funktioniert. So, was machen wir denn heute? Ich muss mal kurz wieder rausfinden, wie die Steuerung funktioniert, wie immer. Aber dann, wenn ich jetzt das mache, falle ich einfach runter, oder? Ja, ich kann, ah, okay. Ich kann mich an so einem Hobolt-Kerl hängen und dann gleiten. Hallo, Lance Squid Bird Rider. Moment mal. Ich glaube, ich muss das Ninja-Outfit wieder ausziehen. Das ist so ein bisschen so pseudo-cool. Ich glaube, das passt nicht zu der Figur und passt gerade nicht zu... Also, ich bin kein Fan davon. Ich mag nicht, wie die Hände aussehen. Gerade war noch irgendein random Dude, der bei einem Verkehrsunfall stirbt. Und jetzt ist er plötzlich ein Ninja und hat Ninja-Arme. Also, es würde erklären, warum er so ein Parcours-Profi ist. Das wird in dem Spiel nie angesprochen. Ich schätze mal, das sind einfach seine super Geisterkräfte. Aber ja. Ist einfach so. Müssen wir hinnehmen. Aber nachdem ich Yakuza gespielt habe... Also, wie heißt dieser Yakuza-Spinoff gleich nochmal? Hi, Desert Railgun. Hallo. Wie heißt dieser Yakuza-Spinoff gleich nochmal, wo man der Detektiv ist, das quasi so ein Noir... Noir nicht wirklich, aber so ein Detektiv-Spiel ist. Also, noch mehr als die eigentlichen Yakuza-Spiele. Da kann auch jeder total irre Parcours irgendwie. Vielleicht ist das in Japan einfach so. Vielleicht ist da... Wie Tischtennis... Neben Tischtennis ist Parcours ganz normaler Volkssport. Kann ja sein. Wer weiß. Schreibt mir bitte mal, wenn dann Dialoge später sind und sowas, wie der Sound des Spiels ist. Weil beim letzten Mal war das ein bisschen leise. Das Spiel ist von Haus aus sehr, sehr leise. Das ist so ein Ding, mit dem habe ich mich früher nie beschäftigt. So als normaler, normaler, durchschnittlicher, anständiger Spieler merkt man sowas überhaupt nicht. Ob man jetzt den Fernseher auf 10 oder auf 20 dreht. Wen interessiert's? Aber seit ich halt jetzt seit... Seit... Ja, mittlerweile doch schon sechs Jahren diese Videos mache, ist mir aufgefallen, was es für unglaublich riesige Unterschiede in der Grundlautstärke von Videospielen gibt. Manche schreien dir beim Start ins Ohr, dass es beinahe platzt. Also das Ohr. Nicht, dass Trommelfell so laut sind die. Das ganze Ohr. Und andere flüstern irgendwie die ganze Zeit ganz leise. Und das hängt nicht mit dem Genre zusammen. Es ist nicht unbedingt so, dass Actionspiele immer lauter sind und Horrorspiele oder so immer leiser oder was weiß ich. Das ist alles ganz unterschiedlich. Hey Katka, wie geht's? Wie krieg ich jetzt die Geister da oben? Kann ich auf dem Kran gehen? Ich hab immer noch nicht verstanden, was Regen macht. Vielleicht ist es auch einfach nur zufällig. Vielleicht damit man hier die schönen Regeneffekte sieht und für die Stimmung. Aber ich denk mir die ganze Zeit, ist das vielleicht irgendwie ein Gameplay-Element, das ich noch nicht verstanden hab? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall teste ich jetzt mal, ob wir auf den Kran klettern können. Ja, wie... Eine Flugperson hab ich das gemeistert. Vom Game-Design her verstehe ich das und find's auch okay und auch ganz gut, dass diese komischen Kobold-Kerle dauernd so laut schreien. Weil dann weiß man, die sind in der Nähe und man kann auf die Dächer und man findet sie. Aber so in der Spielerfahrung an sich ist das schon irgendwie sehr nervig, muss ich sagen. Dass einem permanent diese komischen Kobold-Kerle in die Ohren schreien. Die sind ja auch sehr laut, auch wenn man unten auf der Straße rumläuft. Naja. Aber ich glaub, es gibt Schlimmeres, würd ich sagen. Wie bei Klamotten, die Größe ist zwar XL, aber bei jedem anders. Das stimmt, das stimmt auch wirklich, ja. Da gibt's auch nur auf dem Papier eine einheitliche Größe bei Kleidung. Leider. Was ist meine Meinung zu Will Smith-Ohrfeige? Twitter suggeriert mir, dass ich dazu eine Meinung haben muss. Also, ich möchte jetzt mir gar kein Urteil über Will Smith jetzt selbst erlauben. Der wirkte irgendwie bei diesem Auftritt wirklich emotional und psychisch sehr am Ende. Der hatte einfach einen Breakdown. Vielleicht hat der einfach... Ne, wer weiß, was der privat durchgemacht hat. Was weiß, was in seinem Leben vorgeht. Keine Ahnung. Aber ich find's problematisch, dass viele Leute so Sachen sagen wie, Ja, aber der Chris Roddx hat doch verdient, weil er schlecht über seine Frau geredet hat. Damit hab ich ein Problem mit solchen Aussagen. Weil man halt einfach nie... Es ist nie gerechtfertigt. Außer wenn's wirklich um Selbstverteidigung geht. Dass man mit Gewalt reagiert. Nie. Und wenn's nur unter Anführungsstrichen eine Ohrfeige war. Das ist einfach nie in Ordnung. Und man kann natürlich die Diskussion führen, ob der Witz zu weit gegangen ist. Und ob überhaupt vielleicht zu Roastings zu weit gehen. Und so weiter und so fort. Das sind ja legitime Diskussionen, die man führen kann. Aber diese Ohrfeige kann nie legitimiert gewesen sein. Das find ich problematisch, wenn's in die Richtung geht. Ja, genau. Das ist mein Take zu dem Thema. Hallo, Azrael. Wie geht's? Heute schon Schlümpfe erwischt. Was mach' ich eigentlich? Ich wollte irgendwo hin, zu der Telefonzelle. Aber jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Und jetzt machen wir... Reinigen wir das Portal hier. Weil dann... Bisher noch keine. Das klappt noch. Irgendwann. Ich weiß gar nicht. Ich glaub' Azrael bei den Schlümpfen will die Schlümpfe gar nicht unbedingt fangen. Das ist auf... Auf Gargamel's Mist gewachsen. Azrael ist einfach nur ne gute Katze. Ich glaub' das ist alles. Ich glaub' da ist ein neuer Gegnertyp. Guckt euch das an. Irgendwie ein bisschen lustig. Ich glaub' ich schieß einfach mal nen riesigen Feuerball drauf. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Okay, voll daneben. Der Raincoat-Killer. Tada! Ich hab' jetzt übrigens ein Interview mit... Ich hab' jetzt übrigens ein Interview mit Shinji Mikami gelesen, zu dem Spiel. Und da hat er eben gemeint, dass er... Möchte... Oder du sparst weiter. Deine Sache. Schauen wir mal. Dass er möchte, dass sein Studio Tango Games nicht mehr nur für Horrorspiele bekannt ist. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden... Ja, genau so. ...aus dem Spiel hier jetzt eben gerade kein Survival-Horrorspiel zu machen, sondern ein leicht unheimliches Action-Adventure. Das erklärt eben diese... diesen Unterschied zu The Evil Within 1 und 2. Die wollen sich eben so ein bisschen von dem Image des reinen Horrors-Studios lossagen. Und dann macht das natürlich Sinn. Und find' ich auch voll okay. Und gut. Aber ja. Ähm. Wie bist du eigentlich auf'm Ritter-Tintenfisch und nen Hahn gekommen? Du musst dir das, ähm... 50.000 Abonnenten-Special-Video auf meinem Kanal anschauen. Das ist noch nicht so alt. Das ist erst von letzter Woche oder so. Das findest du recht weit oben bei den neuen Videos. Und da erklär ich das. Aha. Danke für die Info. Guck, ist die Stimme in meinem Kopf. Okay. Wasserpower. Das ist schon wieder ein neuer Gegner. Irgendeine alte Frau, die Gift spuckt oder so. Die Wasserschrotflinte gefällt mir ganz gut. Das ist ne coole Waffe. Ah, au. Ja, du immer mit deinem Blocken. Block du doch, wenn's so einfach ist. Ah oh, hinter mir. Ich glaub, ich muss mal was trinken. Okay. Jetzt reicht's mir. Das sind viele. Okay. Zumindest der Dicke ist weg. Das ist gut. Wenn wir die jetzt noch kriegen. Ah, come on. Ah, ich hab's noch geschafft. Gut. Dann sind die schlimmsten Gegner besiegt. Ah. Okay, geschafft. Ich find das Kampfsystem in dem Spiel nicht super. Aber ich bin auch jemand, der so Action-Gameplay selten super findet. Insofern bin ich da auch nicht der richtige Ansprechpartner oder Bewerter dafür. Aber es ist wenigstens ein Kampfsystem, das nicht nervt. Und ich finde, das ist schon viel wert. Es gibt sehr viele Spiele, die genau daran scheitern. Repetitive, langweilige Kampfsysteme. Und zumindest bis jetzt, ich hab ja auch noch keine 10 Stunden in dem Spiel, aber zumindest bis jetzt ist das nett. Nicht störend. Aber ich glaub, richtig gut wird's nicht mehr. Muss ich auch sagen. Okay, was ist mit der Treppe los? Was ist mit der Treppe los? Ist die, ist das ein Grafikfehler oder ist die wirklich so beleuchtet? Ich glaub, die ist wirklich so beleuchtet. Oh, was hör ich denn da? Was ist mit meinen Ohren los? Viel zu lange, viel zu lange, waren die an unsere eigenen Körper gefesselt. Sie sind unsere Ketten. Eine Last. Und dieses weltliche Dasein verdirbt unsere Seelen. Völlig ohne Sinn. Sollen wir diese Ungerechtigkeit einfach hinnehmen? Noch sind unsere Seelen Sklaven einer irrsinnigen Tyrannei. Doch das muss nicht so bleiben. Hört mich. Ich bin wohl zu weit gegangen. Befreit euch. Löst euch von euren Hürden. Kommt. Kommt alle zu. Hm. Na gut. Ihr werdet es nicht glauben, aber... Vor langer Zeit nannte man diese Gegend den Kappersumpf. Denn und wieder hat man hier Leichen geworden. Die Schuld daran wurde einem Kapper zugeschrieben. Ich hoffe, man sieht noch einen Kapper in dem Spiel. Wir haben schon viel über Kapper gehört. Ich habe mir den Wikipedia-Artikel auch nochmal angesehen. Aber ich bin gespannt, wie die hier in dem Spiel aussehen. Und ob die da auch so komische kleine Schnabeltier-Schildkröten mit lustigen Blumen-Mönch-Schmützen sind. Ihr werdet es nicht glauben, aber... Ich... Du... Ja, haben wir schon geredet. Er glaubt überhaupt nicht, was ich alles glaube, wenn der Tag lang ist. So. Ebuli, danke fürs Verlauen. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo. Ähm. Was machen wir denn jetzt? Da lang gehen. Wir sind jetzt irgendwie in so eine Nebenmission reingestolpert. Das war gar nicht mein Ziel, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was mein Ziel war. Ich wollte einen Schatz finden, damit ich ihn an die Katzen verkaufen kann. Ich hab auch Gurken. Wir hätten Gurken gehabt. Die benutzen wir als Köder. Okay, Kappers fängt man mit Gurken. Das ist gut zu wissen. Falls wir mal in Japan Urlaub machen, immer Gurken mitnehmen, wenn man an Gewässer geht. Man weiß ja nie. Ja, ich versuch's ja. Ach so, hinter die Statue. Okay, jetzt kommt der Kappa. Ich bin gespannt. Hallo, Grummel. Wie geht's? Ein Kappa. Und was jetzt? Versteck dich und warte, bis es frisst. Wir schlagen zu, wenn es abgelenkt ist. Also abwarten. Na gut. Sagst du mir, wenn es abgelenkt ist? Weil ich seh's jetzt nicht. Mit der Geistersicht werden seine Spuren sichtbar. Ah, danke. Genau. Du hast recht. Und jetzt sollen wir wirklich immer noch warten. Versteck dich hinter der Statue ist immer noch unser Auftrag. Ne dann. Jetzt isch doch deine Gurke, damit wir hier weitermachen können. Jawohl. Geht schon? Okay, du sagst mir Bescheid, oder? Du gibst mir das Zeichen. Soll ich ihn schon angreifen? Er hat angebissen. Ja. Schleichen wir uns leiser. Okay. Der Arme. Aber mit Kappa ist nicht zu scherzen. Ich komme hier nicht mehr aus dem Wasser raus. Damit es mit so kleinen Einkaufsmeilen ist, auch nicht zu scherzen. hält den stärksten Parcours-Geisterjäger auf. Hier ist dein Shirikodama, Kleiner. Jetzt kannst du wieder weg, oder? Mir geht's auch gut, danke. Hi, T-Bone. Hi. Ab jetzt hältst du dich von Yo-Kai fern. Mach ich. Vielen Dank. Warte, Schale, weicher Kerl. Keine Ahnung, was du meinst. Mission Kappa abgeschlossen. Cool. Da schweben noch Geister unter der Decke. Ich hab... Ich hab viele Regeln, wie das Spiel funktioniert, quasi, noch nicht so ganz verstanden. Da wollte ich eigentlich hin. Ach so, da bin ich ja nur auf dem Weg dahin. Was ist denn das für ein Symbol? Ach so, der Kappa. Der ist jetzt besiegt. Ich hab viele Regeln aus der Spiellogik, quasi, dieses Spiels noch nicht ganz gecheckt. Zum Beispiel, warum gibt's manche Geister, die einfach nur als so komische Geistercluster an der Decke schweben? Und andere Geister, wie den Jungen gerade, der mir irgendwas von Kapp und Kappa erzählt. Was ist der Unterschied zwischen diesen Geistern? Warum sind die einen nur so wehklagende Geschwülste, die gar nicht wissen, was mit ihm passiert, und die anderen sind klassische Disney-Fans? Verstehe ich nicht. Ich bin Kappersumpa, also wirklich ein Kappa. Die Bauern, danke für die Bits. Jedenfalls danke, dass ihr es gefangen habt, bevor es noch mehr Ärger machen konnte. Aber ich mag das. Ich mag, dass das so in die japanische Mythologie einführt, zum einen. Oh, da ist ein Gegner. Ach komm, kämpfen wir. Und zum anderen finde ich es irgendwie cool, dass... Na, das sind so... Ah ja, jetzt verstehe ich, wie diese Treppe funktioniert. Äh, dass das so... Ja, wie soll ich sagen? Eben zum Beispiel, dass eben hier jetzt dieses Einkaufszentrum auf einem alten Kappersumpf gebaut wurde. Und jetzt lebt der Kappa quasi im Kaufhausbrunnen. So diese Vermischung von dem ganz traditionellen Geisterglauben mit dem ganz modernen Super-Mega-Einkaufskomplex. Irgendwie mag ich sowas. Okay. Ich glaube... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Tibau, nochmals danke. Das Spittglas wird wieder ordentlich aufgefüllt. Das ist super nett von dir. Freut mich sehr. Wo? Wo? Ich schaue nur gerade, weil dieses Kaufhaus ist so groß. Da gibt es so viele Ebenen und so viele Treppen, auch hier außen. Genau, da hätte es mich was gewundert, wenn hier nicht noch ein paar Collectibles rumschwirren. Ah, und ein riesiger Geisterbaum. Das ist dein, naja, Kostüm immer noch anders stimmt. Ich wollte jetzt erst noch ein bisschen so die Gameplay-Sequenzen machen und dann vielleicht beim Händler nochmal ein neues Kostüm kaufen. Und dann gucke ich nochmal. Ah, ich... Das ist witzig. Das Spiel hat mir gelernt, dass ich Angst vor Schirmen habe. Traue niemals einem Schirm. Aber das ist einer von den Guten. Na gut, jetzt reinigen wir erstmal das Tor, das ich schon seit Ewigkeiten markiert habe. Moment, das ist da oben? Aha! Dann sind wir hier vielleicht gar nicht so falsch. Dann muss ich vielleicht durchs Einkaufszentrum nach oben. Aber hier ist schon die Geisternebelwand. Das heißt, wir müssen... ...einen anderem Weg gehen. Ja, ich beeil mich ja schon. Da müssen wir hier wahrscheinlich hochklettern. Was dem Spiel jetzt fehlt, das wäre richtig gut, wäre so ein bisschen der Yakuza-Flair, dass überall in der Stadt halt Minispiele sind. Also Kneipen, Karaoke-Barsen, die man wirklich gehen kann zum Karaoke-Singen und Go-Kart-Rennen und da... äh... Akards natürlich, Sega-Arcades überall. Sowas fehlt hier. Die dann natürlich auch von Geistern betrieben werden. Aber das wird super in den Flair von dem Spiel passen und finde ich irgendwie witzig und sympathisch. Aber so nicht. So finde ich das Spiel unwitzig und unsympathisch. Quatsch. Pieper und danke. Und jetzt wird das Glas gesprengt. Oh, oh, das geht nicht gut. Uh, Glück gehabt. Meine Güte, die ist crazy. Also diese Slender-Women sind echt irre. Ich muss echt blocken lernen. Verdammt. Geld. Für Looten ist immer der richtige Zeitpunkt. Komm schon. Okay. Essen mitnehmen. Ups. Ich esse noch einen Schluck. Dreifarbige Dango. Haben wir beim letzten Mal schon gelernt, was das ist. Die Sound-Effekte sind irgendwie seltsam. Meinst du damit, dass irgendwas nicht stimmt? Von der Technik her? Oder klingen die schon so, als seien die so gewollt nur seltsam? Oder hat das Spiel eine Störung? Das wäre schade. Uh, ich dachte gerade, der ultimative Troll-Move hier. Ich dachte gerade, da hinten stehen Slender-Man, die gleich herkommen. Aber wir sind nur Schaufensterpuppen. Aber auf die Entfernung? Schieß lieber mal drauf, man weiß es nicht. Blocken. Ja. Das Blöde ist, ich möchte immer auf der linken Tiefentaste blocken. Und damit visiere ich nur an oder mache den Finisher-Move. Blocken ist auf der oberen linken Taste. Das wäre sogar dieselbe Taste wie ein Elden Ring, in das ich erst vor kurzem über 100 Stunden versunken habe. Aber da habe ich halt leider ohne Schild gespielt. Deswegen habe ich es deswegen auch nicht in meinem, in meinem, äh, na, wie sagt man? Motorischem Gedächtnis. Genau. Ich höre komische Atmungen. Ich finde die nur komisch wuschig. Wuschig. Was? Ähm. Genau. In der Feinmotorik. Im motorischen Gedächtnis gespeichert. Der Fahrstuhl scheint noch zu funktionieren. Soll ich die nehmen? Jetzt fahren wir wahrscheinlich schnurstracks in die Hölle. Achterstock. Ich habe keine Ahnung. Es wäre interessant, wo wir sind. Aber fahren wir in den achten. Okay. Da ist ein dicker Slenderman mit einem roten Schirm. Ich glaube, das ist eine ganz neue Gefahrenstufe. Das Gefahren-Level-Dämon ist das, glaube ich. Oh, der überlebt sogar meinen Stealth-Attacke. Ich habe ein neues Gefühl. Ich auch. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir wenigstens einmal Stealthen konnten. Aber eine lupenreine Pirouette hat am Schluss noch gedreht. Kann man nichts sagen. Neun von zehn. Okay, machen wir weiter. Mit was eigentlich? Hast du einen Plan, KK? Jetzt weiß ich's. Animal Crossing. Jetzt fällt's mir ein. Deswegen kenne ich den Namen KK. Ich habe mir die ganze Zeit, seit ich das Spiele gedacht war, wer heißt denn noch KK? Irgendwer heißt KK. Und ich habe mir dann immer gedacht, naja, es gibt dann so Figuren wie Chi-Chi und was weiß ich was. Vielleicht bringe ich das einfach durcheinander. Gibt's ja oft so der gleiche laut zweimal. Aber nein. KK. Der Musikantenhund. Natürlich. Das hätten wir hinter uns. Das hätten wir hinter uns. Moment mal. Was ist das denn? Flucht zum Mond. Ufos sind echt. Aliens haben Kontakt zu uns aufgenommen. Dieses Jahr, 2021, wird uns die Apokalypse ereilen. Die Erdachse wird sich verschieben. Und das wird unsere Erde sein. Was? Wie bitte? Die Zeit läuft uns davon. Die Erde ist nicht länger sicher. Sie sagen, dass wir zum Mond sollen. Nur wenige Auserwählte dürfen mit. Tritt unserer Vereinigung bei. Und erhöhe deine Chance, zu den glücklichen Mondpionieren zu gehören. Tritt bei. Und werde gerettet. Ach, guck. Eine Mondsekte. Auch da muss ich gleich wieder an Elden Ring denken. Aber zur Zeit erinnert mich alles an Elden Ring. In Elden Ring steckt einfach alles, was es jemals gab und jemals geben wird. Deswegen ist alles... Elden Ring hat es geschafft, in einem Spiel so zu werden wie die Simpsons. Alles. Die Simpsons haben schon alles gemacht und genauso ist es bei Elden Ring. Jetzt wurde ja der Breath of the Wild Nachfolger verschoben nochmal. Auf Frühling nächstes Jahr. Also verschoben weiß ich gar nicht. Wir haben schon immer gesagt, sie peilen an, dass das Spiel Ende dieses Jahr rauskommt. Also insofern hat man sich schon denken können, dass das eher eine Absichtserklärung ist. Wenn dir was seltsam vorkommt, sieh mit meinen Kräften nach. Ja, ich sehe eine Milliarde Geister. Au. 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 Okay, da waren es nur noch Windbeutel in der Luft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, er kam direkt auf mich zu. Habt ihr das gesehen? Oh, das war verrückt. Okay, gut. Zum Glück halten die nichts aus. Oh, da ist noch so eine Feuerkugelbeschwörerin. Oh, oh, Ruffy hat es erwischt. Okay. Das wird reichen. Können wir jetzt das Tor hier schon reinigen? War das nicht hier? Ah ja, ich stehe direkt davor. Oh, das ist viel größer als ich dachte. Ein dickes Tor haben wir hier erwischt. Ah, praktisch. Dass überall diese kleinen Münztelefone rumstehen. Frag mich, ob es das in Tokio... Gibt es in Tokio wirklich noch Münztelefone? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber andererseits können sich Leute, die nach Deutschland kommen, auch nicht vorstellen, wie schlimm unser Internet ist. Insofern, wer weiß. In manchen Ländern gibt es eben so anachronistische Sachen. Oh, warum muss ich denn jetzt sowas machen? Aber von mir aus. Zur Abwechslung. Oh, da sind noch mehr Geister. Die sollten das Spiel einfach Geistersammelsimulator nennen. Der Papierschnipsel-Geistersammelsimulator. Der Papierschnipsel-Geistersammelsimulator. Und ich kann nicht aufhören zu sammeln. Wisst ihr, das ist echt furchtbar. Es ist nicht mal so, dass ich so ein Completionist wäre. Es gibt bei den meisten Spielen Momente, wo ich beschließe, Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt spiele ich es vielleicht noch schnell durch, aber dann ist Schluss. Ich spiele viele Spiele nicht durch, weil sie mir irgendwann keinen Spaß mehr machen. Aber solange ich sie noch spiele, habe ich immer das Gefühl, alles machen zu müssen. Und dann werfe ich trotzdem alles über den Haufen. Wenn ich es wenigstens durchziehen würde, hätte das alles Sinn. Aber ich sammle jetzt nur im ersten Drittel des Spiels wahrscheinlich alle Geister. Und danach sind mir die restlichen Geister komplett egal. Aber na gut, so gleicht sich im Leben alles aus. Betäubungstalismann. Wenn Betäubungstalismanne geworfen werden, ist das eine neue Waffenart? Werden Besucher innerhalb ihrer Reichweite für kurze Zeit bewegungsunfähig? Oder sind das sowas wie Granaten? Einige mächtige Besucher sind gegen diesen Effekt immun. Sei bei der Verwendung also vorsichtig. Da muss ich jetzt mal kurz gucken, was das ist. Hallo Teach, wie geht's? Mit Elden Ring fertig? Ja ja, mit Elden Ring bin ich schon lange durch eigentlich. Ich habe jetzt erst quasi, wo ich durch bin, angefangen mit diesem... Oh-oh. 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 Mit diesem Tagebuch quasi. Oh-oh. Oh-oh. Die mit Pescu. Jau-oh. Yo-oh. Oh-oh. Oh-oh. Perfektes Blocken. Habe ich das gerade zufällig geschafft? Oder wie, vor lauter Blöd? Ist ja witzig. Naja. Dein YouTube-Video war so witzig. Ich habe mich darin wiedergefunden. Sehr sogar. Das freut mich. Danke. Ah, Platin-Trophäen sammeln. Das mache ich tatsächlich eben zum Beispiel nicht. Wie gesagt, ich höre dann oft auf, mit diesem Vorsatz alles zu sammeln. Das sind nur ganz wenige Spiele, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben, wo ich dann nochmal gucke, wenn ich fertig bin damit, dass ich quasi... Also da schaue ich mir die Trophäen an, um rauszufinden, was könnte ich noch machen. Jetzt bin ich zum Beispiel bei Elden Ring gerade dabei, dass ich noch die legendären Waffen und Zauber- und Ausrüstungsgegenstände, die ich verpasst habe, einzusammeln, bevor ich mein New Game Plus starte. Oh mein Gott, wir müssen uns heilen und ich weiß nicht mehr auf welcher Taste. Danke. Ah. Tja. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so eine Mechanik, die verstehe ich irgendwie nicht. Da ist jetzt links am Bildschirmrand so ein Balken. Da steht perfektes Blocken verbessert. Und da tickt so ein Timer runter. Ist das so eine Art Combo-System oder so? Wenn ich jetzt nochmal perfekt blocke, dann... Oder wie? Verstehe ich nicht. Ich zahle 80 Euro für das Spiel. Auf der Playstation 4 noch 60. Da will ich das Spiel komplett ausreizen. Das kann ich verstehen. Früher war ich auch so. Ich finde es fast schade, dass ich das nicht mehr habe. Aber ich kann das grundsätzlich verstehen. Aber jetzt zu Zeiten... Weißt du, ich habe den Game Pass abonniert. Ich habe das Humble Monthly Bundle. Inzwischen Humble Choice heißt es, glaube ich, abonniert. Und über Playstation Plus kommen auch immer die monatlichen Spiele. Die haben jetzt heute ihr neues Modell vorgestellt für ihren neuen Abo-Dienst. Bin ich auch gespannt drauf. Und dadurch werden Spiele halt so verfügbar und so Massenware, dass ich halt, sobald ich mit dem Spiel nicht super glücklich bin oder das mich langweilt, sage, na gut, dann spiele ich halt eines der anderen 500 auf meinem Pile of Shame, die ich zur Verfügung habe. Und ich finde es fast ein bisschen schade, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, wo ich zweimal im Jahr zu Weihnachten und zum Geburtstag jeweils ein Spiel bekommen habe. Da habe ich jedes Spiel. Und wenn es noch so schlecht war, und ich habe leider auch als Kind sehr viele sehr schlechte Spiele, habe ich tot gespielt. In- und auswendig. In- und auswendig habe ich jedes einzelne Spiel gekannt. Und das war schon irgendwie eine intimere Art zu spielen. Eine intensivere Art zu spielen. Das muss ich schon sagen. Ist ein bisschen schade. Aber andererseits will ich halt jetzt auch nicht mehr meine Zeit mit was verbringen, das mir nicht wirklich gefällt, wenn ich weiß, es gibt da draußen andere Sachen, die mir vielleicht mehr gefallen. Andererseits hatte ich früher auch mit wirklich schlechten Spielen Spaß. Wenn man sich nur reinfuchst. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wäre es anders, würde ich mir wünschen, und ich könnte mehr Spiele in der wenig Zeit spielen, die ich habe. Ich glaube, man ist da nie zufrieden. Das passt schon. Oh, oh, Katzen. Okay, lass uns von außen hochklettern. Halt die Augen nach nützlichen Dingen auf. Okay, Moment mal. Das ist jetzt aber hier... Ist das echte Architektur? Gibt es dieses Gebäude so in Japan? Weil als er jetzt hochgeguckt hat, habe ich mir im ersten Moment gedacht, ach, ist das jetzt so geistermachtmäßig verzerrt und komisch. Aber irgendwie könnte das sein, oder? Aber dieser Bereich hier, diese Rolltreppe da außen am Gebäude, das finde ich gruselig. Oh Gott, oh Gott. Ich hätte voll Angst, wenn ich da hoch... Also, in echt meine ich jetzt, wenn ich da oben wäre. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Nicht super schlimm. Es ist nicht so, dass ich die hohe Orte nicht betreten könnte oder so. Aber ich sage mal, wenn ich in der Höhe wäre, oder gar in der Höhe, würde ich mich jetzt nicht unbedingt übers Geländer lehnen, sondern würde hier so stehen und mich so nach vorne beugen, um so ein bisschen runtergucken zu können. Die Neugier ist dann doch noch größer. Aber ja, Timon, danke schön für die Bits. Das Bitglas wird gesprengt. Dankeschön. Ja, genau, so war es bei mir auch früher ein bisschen. Hier hat sich echt einiges verändert, was? Keine Ahnung. Hier war ich noch nie. Die Kinder heutzutage. Zum Release vom Nintendo 64 habe ich gleich mir Mario Kart 64 geholt und Mario 64. Und dann habe ich noch, total überraschend, das war der absolute Hammer, Shadows of the Empire geschenkt bekommen. Plötzlich. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und das war natürlich geil. Drei neue Spiele, damals, zur gleichen Zeit als Kind. Meine Güte. Das war cool. Und jetzt habe ich irgendwie jeden Monat 30 neue Spiele und weiß nicht, was ich davon spielen soll. Das ist der Unterschied. Hündchen, ich möchte mit dir interagieren. Komm her. Ja, erstens. Bleib doch mal stehen. Erstens. Oh Gott, Hund. Ich wäre wahnsinnig. Bitte. Erstens streicheln. Oh Gott sei Dank. Dachte schon, ich kann ihn nicht streichen. Armer, armer Shibu. Hi Retro, wie geht's? Und zweitens kriegst du Futter. Leckerli. Hau rein, Kumpel. Mach schön langsam. Da, 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 da. Mir tut's echt auch fast ein bisschen leid für so Horizon zum Beispiel. Oder vor allem Elex 2 irgendwie. Weil mir Elex 2 so sympathisch ist. Und das Spiel ist eh schon so ein Underdog. Und dann kommt's zur gleichen Zeit mit Elden Ring raus. Das irgendwie das Spiel des Jahrzehnts ist. Bam. Und damit ist quasi jede Aufmerksamkeit weg. Und auch ich, obwohl ich, wie gesagt, Elex mag. Und das Studio mag. Und mich auch auf Elex 2 gefreut hab. Hab bis heute noch nicht Elex 2 gespielt. Weil ich halt einfach noch mit Elden Ring beschäftigt war. Und Tokyo Ghostwire hat mich auch sehr interessiert. Da hab ich netterweise einen Key von Bethesda bekommen. Deswegen hab ich mich da jetzt reingestürzt. Und Elex 2 ist jetzt auf meiner, auf meinem Pile of Shame gelandet. Weil es halt einfach zur falschen Zeit am falschen Ort rausgekommen ist. Das tut mir echt ein bisschen leid für die. Und find ich auch ein bisschen schade. Weil eigentlich, glaub ich, ist das ein cooles Spiel. Ich bin auf jeden Fall immer noch gespannt. Und freu mich drauf. Ich bin auf jeden Fall. Habe ich eigentlich mal diesen Finisher gelernt? Diesen, wenn Gegner auf dem Boden liegen, kann ich sie finischen, Finisher? Habe ich das mal gelernt? Bin mir gar nicht sicher. Ich muss mal in meine Skills schauen. Ich glaube, ich will schon seit einer Viertelstunde in meine Skills schauen. Und jetzt ändere ich dann auch gleich mein Outfit und alles. Aber ich komm nicht dazu. Weil dauernd, dauernd überall Geister an der Decke hängen. Wie soll ich denn in mein Menü gehen, wenn überall Geister an der Decke hängen? Okay, wir haben 20 Fähigkeitspunkte. Cool. Jetzt schauen wir mal, was wir zur Verfügung haben. Also. Du kannst bis zu 6 Talismanne gleichzeitig tragen. Wie viel kann ich denn jetzt tragen? 5. Einer mehr. Oh, das ist aber für 10 Fähigkeitspunkte ein Talismann mehr. Ich weiß ja nicht. Wobei die Talismanne, wenn die wirklich ganze Gegner Gruppen lähmen können, sind schon ziemliche, also Kill, Superkill Weapons. Ich sollte den Bogen öfter benutzen. Eigentlich finde ich den cool. Erhöht das Tempo, mit dem ich den Bogen spannen kann. Was kriegen wir hier? Erhöht das Tempo des Bogenspannens noch mehr. Dann haben wir quasi einen Gatling-Bogen. Eine Pfeil-Gatling. Ich überlege, ob ich jetzt zum ersten Mal meine Magatama ausgebe, um dieses Siegel hier zu lösen, damit wir eine Pfeil-Gatling machen. Aber wenn ich eine Pfeil-Gatling machen will, brauche ich auch mehr Pfeile. Erholen wir uns erstmal mehr Pfeile. Ich spezialisiere mich mal ein bisschen auf Bogen. Mal gucken. Bogen ist in jedem Videospiel ever. Moment, was ist denn das? Seit wann habe ich den Wurfmesser? Ach so, ich verstehe. Das ist wahrscheinlich mein spezielles Ninja-Outfit, das ich eh wechseln will. Dann habe ich keinen Bogen, sondern ich nutze so Shuriken oder wie die heißen. Naja, okay, ist nett. Finde ich total nett sogar. Also finde ich wirklich nett. Aber will ich jetzt gerade nicht. Ich will jetzt meinen Bogen. Und deswegen ziehen wir uns jetzt wieder etwas Anständiges an. Das war das da. Dann sehe ich auch wieder Bösewicht und dann kennt sich keiner mehr aus. Das ist doch eine gute Idee. Ne, Quatsch, das war ein Scherz. Ich will nicht wirklich wieder Bösewicht aussehen. Aber ich finde es lustig, dass ich so lache, wenn ich das anziehe. Ich finde das auch für dich super. Vielleicht belassen wir es einfach dabei. Okay. Und wir kämpfen mit Bogen. Die nächsten Gegner, die kommen. Was ist denn das? Oh nein. Ähm. Kann ich die noch retten? Ist es schon zu spät? Oh, muss ich da jetzt rüber? Komme ich dann wieder hierher? Naja, los geht's. Oh oh. Oh, der Bogen ist so mächtig. Der gefällt mir jetzt schon. Also was heißt schon? Der gefällt mir eh schon immer. Aber jetzt im direkten Vergleich zu den Kämpfen vorher merke ich halt, wie krass der ist. Eine One-Hit-Kill-Waffe. Also selbst die krassen Gegner halten nur ein, zwei Schüsse aus. Aber jetzt ist er leider auch schon wieder leer. Und Pfeile sind halt Mangelware. Die Elementarteilchen für meine Elementarmagie, die kriege ich überall. Aber Pfeile muss ich, glaube ich, wirklich bei den Katzen kaufen. Ich glaube, die droppt es nicht einfach so. Umso wichtiger, dass ich da mein Munitionsdepot aufbesser. Weil ich glaube, Pfeile können ein ziemlicher Bosskiller sein. Die darf ich nicht für die Schulmädchengeister und die normalen Slenderman verbrauchen. Die muss ich mir für die Slenderwomen und Schlimmeres aufheben. So, ich höre dich schreien, komischer Koboldkerl. Ich bräuchte deine Katapulthilfe. Aber ich glaube, sonst stecke ich hier fest und ich will nicht wieder runter. Oh nein, du bist ja komplett falsch. Das brauche ich nicht. Die können doch nicht hier unten so einen zeitintensiven Moment machen. Und dann bin ich hier gestrandet oder was? Und muss wieder runter und wieder von vorn hochklettern. Wo kommen wir denn da hin? Ich glaube, ich gehe mal da hin. Das ist wahrscheinlich nicht so tief. Oh, Dicker. Jetzt hätte ich gern meinen Bogen. Aber dann benutze ich mal das Lähmen. Okay. Und jetzt schnell Waffen weg und noch draufschießen. Seit wann habe ich eigentlich 20 Zettel? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, habe ich die beim letzten Mal gekauft. Als ich das Let's Play aufgenommen habe für den Let's Play Kanal, war ich schon sehr müde. Ich kann mich da manches nicht mehr hundertprozentig erinnern. Hey, ich habe jetzt... Ich lerne gerade ein bisschen Japanisch und kann jetzt den ersten Zeichensatz... Ich weiß immer nicht, welcher es ist. Ich glaube, der, der nicht Katakane heißt oder so ähnlich. Den kann ich jetzt lesen. Aber überall in diesem Spiel ist nur der andere Zeichensatz, den ich nicht lesen kann. Ich hätte es so cool gefunden, wenn ich ein bisschen hier üben könnte, während ich spiele. Und so die Schilder und alles lese. Aber hier überall ist nur der Katakane, glaube ich, heißt der Zeichensatz. Mit dem kann ich nichts anfangen, leider. Tja, kann man nichts machen. Zehnter Stock. Das klingt, als wäre das höher. Gut. Warum kann ich nicht auf 24 drücken? Da wäre der 24. Stock eingezeichnet. Aber ich nehme den Zehnten. Ich nehme, was ich kriegen kann. Aber bald. Bald in ein paar Tagen lerne ich wahrscheinlich dann auch in dem Programm, das ich benutze. Lingo Legends heißt das übrigens. Kann man sich kostenlos runterladen. Man muss, das ist nur auf Englisch, man muss Englisch beherrschen schon, weil man auf Basis von Englisch die anderen Sprachen lernt. Das sollte ich dazu sagen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man da auch Deutsch als Grundsprache einstellen kann. Aktuell glaube ich nicht. Ich habe es aber auch nicht gesucht, keine Ahnung. Aber Lingo Legends ist aktuell so ein rundenbasierendes Kampfsystem-Rollenspiel mit Kartensystemen. Also ganz simpel. Das ist nicht super komplex oder so. Das ist jetzt auch nicht das beste rundenbasierende Rollenspiel. Aber es ist nett. Und man greift eben an oder macht seine Moves, indem man Vokabeln der Sprache, die man gerne lernen würde, richtig sagt. Oder eben zum Beispiel jetzt für mich am Anfang jetzt japanische Zeichen lernt. Und das finde ich ganz cool. Kann ich hier ruhig mal ein bisschen pitchen, promoten. Lingo Legends. Äh, finde ich sehr nett. Macht mir Spaß. Und aktuell lerne ich auch sehr effektiv damit. Also das ist so ziemlich genau das Lernprogramm-Spiel, auf das ich persönlich immer gewartet habe. Das drückt bei mir alle richtigen Knöpfe. So, dieses gruselige Geisterkind muss ich jetzt One-Hit-Killen. Aber sonst ruft er Verstärkung. Überall Geister. Hurra, hurra, hurra. Es hört nicht auf mit den Geistern. Moment mal. Hier war ich schon. Hier war ich doch. Warte mal, ist hier nicht der Schrein? Bin ich jetzt wieder hier unten? Ich dachte, ich bin nach oben gefahren mit dem Lastenaufzug. Wie tief bin ich denn runtergesprungen? Und was vielleicht noch wichtiger ist, kann ich die Geister, die ich da oben schon sehe, von hier beschießen? Nee, so weit geht meine Windmagie nicht. Die anderen glaube ich schon gleich gar nicht. Wasser ist eine Shotgun. Und, ähm, Feuer ist ein Granatenwerfer. Also damit komme ich schon gleich gar nicht so weit. Na gut, im Versuch war es wert. Ich hasse es immer, wenn Spiele so große, hohe, dreidimensionale Strukturen machen. Ist ja schön und gut, könnt ihr ja machen. Aber dann auf der 2D-Mini-Map unten im Eck die Objekte einblenden. Ohne irgendeinen Indikator, ob das jetzt über mir oder unter mir ist. Weil dann könnt ihr es euch auch sparen. Ach, guckt, ich bin hier schon runtergesprungen. Okay, ich dachte, wir sind schon viel höher. Naja. Ach, und dich, wo warst denn du vorher, als ich dich gebraucht habe, Tango? Mensch. Hätten wir uns viel ersparen können. Aber andererseits hätte ich dann nicht den dicken Kerl und den anderen Kerl und ganz viel anderes gefangen, gefunden. Oh, das wollte ich nicht. Gleiche Taste wie das Deathkill. Hat's nicht gemerkt. Hat's nicht gemerkt. Aber er ist schon Eigt. Hat's nicht gemerkt. 새 Ja? Das ist ja Unheimnis, die Karr annat eingeb intimate. Und jetzt gibt es noch ein Scherr, der aufgehoublert, und zwar etwas wie denn dieses Rad Sleepheim hatten. Okay, man? Oh, du bist stärker als je zuvor. Ich bin stärker als je zuvor. Meine maximale Lebenspunkte haben sich erhöht. Und ich habe tatsächlich schon wieder Fähigkeitspunkte bekommen. Very good. Reichweite der Geistersicht. Ah, länger fliegen fände ich schon auch interessant, muss ich schon sagen. Es gibt schon ein paar... Es gibt schon ein paar so Skilled, so Finisher in den richtigen Situationen, die in den richtigen Situationen ziemlich gut wären. Aber ich denke mir immer, ach wie oft kommt das schon vor, deswegen skille ich nicht drauf. Und dann kommt es vor und ich denke mir, ach hätte ich mal drauf geskillt. Ich glaube, ich sollte schon Spahn und mehr Punkte in meine Standardangriffe, Wind, Feuer und Wasser stecken. Weil die benutze ich einfach am meisten. Da hat man immer Munition. Das sind die drei Standardwaffen im Spiel. Da macht es glaube ich Sinn, dass ich was rein investiere. Verringert die Aufladezeit für aufgeladene Angriffe. Für alle. Für alle verringert das. Ja, dann das wäre gut. Aber das können wir uns alles aktuell nicht leisten. Aber dann spare ich noch. Dann sparen wir. Oh, ich dachte schon, dass irgendwas komisches... Ich meine, da ist auch was komisches, aber... Ich dachte, ein komischer Gegner. Da oben! Jaha, ich will vielleicht den Geist vorher einsaugen. Was bist du denn für ein Ghostbuster? Ghostbuster. Aber die Yokai haben auch nicht wirklich Regeln, oder? So eine gemeinsame Origin oder so. Und soweit ich jetzt von der Mythologie bis jetzt erfahren habe, kann einfach absolut alles jederzeit aus unterschiedlichen Gründen plötzlichen Yokai werden. Menschen werden Yokai, wenn sie besonders viel arbeiten oder besonders wenig arbeiten oder besonders eifersüchtig sind oder besonders habgierig sind oder Kinder sind. Und Regenschirme werden Yokai, wenn sie alt sind. Warum nicht? Und dann gibt's aber auch schon uralte Yokai, die es schon immer gab. Ah, Pfeile! Ja. Alles kann immer jederzeit ein Yokai werden. Das hab ich aus dem Spiel gelernt. Traue nichts. Nicht nur niemanden, sondern auch nichts. Heute schützt er dich noch vor Regen und morgen könnte er dir schon in den Arsch beißen. So ein Regenschirm. Ja. So ein Regenschirm. Na nöchen, was haben wir denn hier? Interessant. Erstmal Geist einsaugen. Ich, ich, also Hä? Ach so, schon wieder. Nee, stimmt überhaupt nicht. Du lügst, du lügst mich ja an. Ähm, was wollte ich sagen? Ah, das Ding hat irgendwie keinen Schwachpunkt. Vielleicht später. Wahrscheinlich, genau, der Schwachpunkt ist auf der anderen Seite. Ich muss wahrscheinlich oben rum und dann ist das die Boss-Arena und dann komme ich hier wieder raus oder so. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber es war wahrscheinlich wunderschön. Und hätte unser aller Leben für immer verändert. Zum Besseren, eventuell sogar. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Aber wir werden es nie erfahren. So macht man das. Hallo, Kater. Da kommt ein Kater zu mir. Ich muss kurz den Kater streicheln. Nicht, dass ich vor lauter digitale Tiere hier in dem Spiel streicheln meine eigenen Katzen vergesse. Ja. Knuddelkater. So. Weiter geht's. Da könnte was drin sein. Na, dann schauen wir mal. Eine Windkette. Was heißt das jetzt? Der Reiter Gebetsketten wurde im Inventar-Menü freigeschaltet. Rüste die Gebetskette aus, die du gerade gefunden hast. Ähm. Wo? Ah, hier. Windkette. Windangriffskraft plus 20%. So wird das was. Und scheinbar kann man die irgendwie noch upgraden oder sowas. Weil oben sind zwei verschlossene Teile und da steht Stufe 1. Wahrscheinlich hat die dann irgendwie 40% und dann 60% mehr Windschaden. Finde ich gut. Steht dir echt gut. Kann ich mehrere Talismänner, Manne gleichzeitig tragen? Okay. Mans. Jetzt sehen wir uns die Stadt an. Oh, mit dem da. Wir könnten alles dieser Ferngläser benutzen. Ja. Habe ich zuerst gesagt. Thirsty. Preseruses. Ich bin da heute zufällig. Ich weiß gar nicht, wie auf einen Reddit-Beitrag gestoßen. Welche Krankheiten man sich aus Leitungswasser zuziehen kann. Und man soll auf keinen Fall Leitungswasser trinken. Offensichtlich ein Post aus den USA. Und da habe ich mir wieder gedacht, meine Güte, in manchen Ländern herrschen Zustände, was das angeht. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen umgesehen. Und tatsächlich gibt es so viele Nahrungsmittel in zivilisierten Ländern, unter Anführungsstrichen, der ganzen Welt, die in Deutschland überhaupt nicht zugelassen wären. weil die Stoffe enthalten, die nachweislich, teilweise ist es auch nur so, ja, könnte, man weiß es nicht. Aber viele sind auf, äh, laut Studien nachweislich einfach scheißgiftig. Aber in den USA ist es wurscht. In den USA ist anscheinend in Brot ein Stoff drin, der in Europa nur benutzt werden darf, damit Schuhsohlen elastisch und gleichzeitig fest werden. Aus dem besteht Brot, zum Teil zumindest in den USA. Und die Leitungswasserqualität ist sowieso, wirklich, kannst du nicht trinken. Du stirbst wahrscheinlich. In manchen Bereichen, in manchen Gebieten. Crazy. Naja, so viel dazu. Ist mir nur gerade eingefallen. Ich weiß nicht warum. Da ist er. Der Typ, der uns entwischt ist. Er ist runtergegangen. Vielleicht haben die ein Versteck da unten. Diesmal kriegen wir ihn. Hinterher. Sind wir jetzt hier hochgegangen, damit wir von da oben gucken können, wo der ist, den wir suchen. Das ist verrückt. Ich habe deswegen übrigens gesagt, zivilisiert unter Anführungsstrichen. Nicht, weil ich nicht sagen will, dass die USA kein zivilisiertes Land wären, sondern weil ich diese Unterscheidung bescheuert finde. Und ich finde es so abwertend, wenn man andere Kulturen irgendwie, oft wird es ja so benutzt und so suggeriert zumindest, weniger zivilisiert oder kultiviert wären, als das, was man halt selber kennt. Und das ist halt alles nur persönliche Prägung und man sollte da nicht so vorurteilsbehaftet sein. Deswegen habe ich das unter Anführungsstriche gesetzt. Nicht, weil ich den USA nachsagen will, dass sie mehr oder weniger zivilisiert wäre, als wir. Außer wenn es ums Leitungswasser geht. Da schon. Da schon. Ja, wie jetzt? Und jetzt gehen wir einfach wieder. Im Ernst? Soll ich da runterspringen? Ich könnte da runterspringen. Ich glaube nur, dass wir hier noch nicht fertig sind. Warum sieht Wasser in der Welt so komisch aus? Oder sind die Pools schon wieder komisch beleuchtet? Wer weiß. Ich glaube, ich springe einfach vom Dach. Oder? Was kann schon schief gehen? Ich glaube, ich speichere vorher kurz, weil es kann einiges schief gehen. Wir könnten zum Beispiel sterben oder uns die Beine brechen und das restliche Spiel nur noch kriechend verbringen. Beides wäre nicht optimal. Schauen wir mal. Okay, ich glaube, es gibt keinen Fallschaden. Hä, ist das Rasen? Das sieht aus wie Rasen. Ist hier... Ist das... Ist das Kunst? Ist das so eine Wärmeableitung, das hier irgendwie durch den Rasen gekühlt wird? Was ja auch noch so gebogen ist. Ist das wie so eine Anti-Hitze-Schale? Oder ist das einfach nur ein Kunstwerk? Oder beides? Auf jeden Fall finde ich es irgendwie cool, dass hier einfach so ein riesen Rasen ist. Einfach so ein riesiger Rasen. Cool. Oh oh, was ist hier schon wieder los? 20% stärkere Windpower! Go! Scheiße. Was hätte noch mehr von ihnen? Ja, wo denn? Ah, da. Ja. Oh, ich habe keine Windpower mehr. Na gut. Dann geht's jetzt weiter mit der Wassershotgun. Oh, hey. Wasser ist aber auch nur sinnvoll, wenn man es auflädt, oder? Was ist das denn? Das sind erwachsene, kopflose. Neuer Gegnertyp, oder wie? Hält ich mich schon. Oh, was ist denn das? Achso. Jetzt wird es mir aber zu bunt hier. Irgendwo ist noch jemand. Was ist das? Geister-Time. Achso, das wollte ich vorher sagen. Jetzt erinnere ich mich wieder. Die Geister, so wie viele von diesen Collectibles, sind halt schon auch immer ein Armutszeugnis des Game Designs. Das muss man fairerweise sagen. Ne, ich mag das Spiel bis jetzt gerne, muss ich auf jeden Fall sagen. Aber so diese Collectibles, diese Geister eben zum Beispiel hier in dem Fall, die wirklich überall und ständig vorhanden sind, sind immer ein Zeichen für mich dafür, dass die Entwickler und Entwicklerinnen hier beim Design dieses Spiels nicht so recht wussten, was die eigentlich mit ihrer Open World anfangen sollen. Und damit sie dann nicht zu langweilig und zu leer wirkt, stopft man die halt einfach irgendwie mit zwei Millionen Sammelgegenständen voll und koppelt dann auch einen wichtigen Teil der Progression, nämlich Geld und Erfahrungspunkte, einfach nur an diese Collectibles. Und ich meine, das funktioniert. Das ist okay. Das passt schon. Kann man machen. Passt ja. Ich spiel's und hab Spaß damit. Die erkundet man nicht, weil man neugierig ist, was man noch so entdecken könnte und weil man Abenteuer erleben will oder weil man vielleicht neue interessante Ausrüstungsgegenstände und so weiter finden will. All das wäre ja möglich, sondern man erkundet die, damit sich eine Progressionsleiste füllt. Mitglieder-App einer Karaoke-Bar. Sonderangebot nur heute. Zeigt die App vor und erhaltet 10% Rabatt. Mitglieder erhalten extra Rabatt. Registrier dich noch heute während der Sonderaktion. Das Angebot gilt von 1.9. bis 1.12. ein. Gutscheinrabatt über 10% wird ausgestellt. Deine Adresse für Karaoke-Partys und Buffets. Reson- Oh, Verzeihung. Resonanz. Hier auf dem Tisch lag doch auch irgendwo was, oder? Doch, genau. Habe ich mir gedacht. Habe ich mir nicht eingebildet unterm Kampf. Shibu-Shaw-Schulzeitung August. Wir räumen mit einem Großstadtmythos auf. Ein Gerücht besagt, wenn ihr bestimmte Schritte in einer Toilette im dritten Stock des alten, abrissreifen Schulgebäudes befolgt, spricht jemand oder etwas mit euch. Sollten wir uns das merken. Aber da stehen keine Angaben und nix. Wenn, dann ploppt bestimmt gleich eine Nebenquest auf. Folgende Schritte müsst ihr befolgen. Aber das sollten wir uns vielleicht merken. Klopft dreimal an eine der Kabinentüren und fragt, ist da jemand? Tut dies dreimal. Also dreimal klopfen, reden, klopfen, reden, klopfen, reden. Okay. Das Ermittlungsteam von Shibu-Shaw ist an der Sache dran. Unsere Recherchen ergaben, dass 31 Personen von diesem Gerücht wussten. Davon haben es nur vier selbst ausprobiert. Bisher hat noch niemand eine Antwort aus der Kabine erhalten. Nächsten Monat macht das Ermittlungsteam von Shibu-Shaw die Probe aufs Exempel. Zeit, dieses Gerücht ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Ach, oder? Nee. Aber hier haben wir einen Katzenhändler. Hallo. Willkommen in meinem Laden. Oh, Erdbeerkakigori. Ich weiß nicht, was du bist, Erdbeerkakigori. So Frozen Fruit Dingens, ne? Aber ich kaufe mal drei. Dankeschön. Mir war es auch eine Freude. Was ist das jetzt? Komm, wir gehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil ich kann das hier nicht mehr aufheben. Und das sind so komische Geisterchips. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wenn ich jetzt in mein Inventar gehe... Jaha, neue Nebenquests. Ich hab's verstanden. Wenn ich jetzt in mein Inventar gehe... Dann müssten doch da irgendwo die Geisterchips sein. Und dann kann ich einen davon benutzen. Weil ja, eben nicht nur heilen, sondern auch die maximale HP permanent erhöhen, kann man quasi auch essen, wenn man eigentlich fit ist. Das macht Sinn. Bevor ich jetzt hier so eine Tüte Geisterchips rumschweben lasse, ne? Also esse ich lieber ein bisschen mehr, als ich muss und kriege mehr maximale Lebensenergie. Warum nicht? Leute, wir müssen mal ganz kurz zwei Minuten Pause machen. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. 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 So, da bin ich schon wieder. Weiter geht's. Ach nein. Ah, wartet. Noch ganz kurz. Ich hol mir noch schnell ein neues Getränk. So, damit ich hier nicht dehydriere. Oh, haben euch jetzt die ganze Zeit die Panda-Bären angestarrt? Creepy Panda-Bären. So, da, da. Moment, ich brauche noch meine Kopfhörer. Alles nicht so leicht, aber jetzt geht's weiter. Hallo? Jetzt müsste nur der Controller noch funktionieren. Das wäre gut. Ah, jetzt. Okay. Alles funktioniert. Weiter geht's. Oh, warte mal. Den Foto-Modus. Ich habe doch jetzt einen... einen Selfie-Modus. Ja! Warum? Aber warum nicht, oder? Daumen hoch. Öh. Moment, da steht Bogen. Nicht Beugen. Weil Bo. Bo, das ist aber im Englischen halt einfach übersetzt mal wieder. Ohne den Kontext zu wissen. Ja, ich meine, er macht einen Bogen mit seinem Körper nach. Das ist damit bestimmt gemeint. Ist kein Übersetzungsfehler. Ist nur bescheuert. Bonn-Tanz aus Tokio. Musik Finde ich schon ziemlich super Ups, das wollte ich nicht Dann haben wir noch Ich schau mir die jetzt noch an Karate 1 Ups Nein, das will ich machen Ich mache hier lauter Screenshots Kann ich eigentlich die Kamera bewegen? Kann ich nicht so wirklich, oder? Ich kann nur zoomen Achso, das war's Okay Nett, danke Hätten wir das auch uns angeguckt, das Feature Ich bin nicht so der Fotomodus-Mensch Ich sehe dann immer auf Twitter, was andere Leute Oder auf Instagram oder wo auch immer Was andere Leute für Videospiel-In-Game-Fotos machen Mit so Foto-Features Und denke mir immer so Holy moly Sieht das gut aus Meine Güte Das stimmt einfach alles Also sowohl, weil die Spiele schön aussehen Als auch die Motive und das Foto an sich Und Toll Aber ich selber bin da immer eher Ich weiß nicht Wenn ich Screenshots mache, sieht das immer aus wie Kraut und Rüben Was soll ich sagen? Das nimmt kein Ende Ich finde das auch schön Gerade mit dem Tanz und so Das sind so kleine Details Sowas mag ich Sowas macht Spiele sympathisch Finde ich Okay Hier Schnell hoch Leute Ich will es wissen Da war so ein komischer Bossraum Könnt ihr euch noch erinnern? Oh Peile Nice Da war so ein komischer Bossraum Ich glaube wenn da keine Gegner sind Sind wir da auch in Nullkommanix wieder oben Der war von der einen Seite verschlossen Und ich habe noch gesagt Da muss man bestimmt oben rum Blablabla Ach guck Und außerdem ist hier eine Nebenmission Na Die hätte ich unten Ewig gesucht Ein weißes Stammtuch hat mich angekratten Es hat sich auf mein Gesicht gewickelt Ich werde fast nicht Du bist ein Geist Du kannst nicht atmen Ja Aber ein weißes Tuch? Tücher machen sowas nicht Es ist kein normales Tuch Nicht wenn es Geister angreift Und wenn ich da irgendetwas bitte Ich habe Angst dass es mich nach oben bringt Keine Sorge Geister können nicht sterben Aber es klingt als sollten wir der Sache nachgehen Ein weißes Tuch hat sie angegriffen Itan Momen Dann schauen wir uns die Sache mal an Aber erst will ich diesen Schatz finden Der ist wirklich irgendwo im Zentrum dieses Gebäudes Ich bin mir sicher Das ist da oben hinter dieser verschlossenen Komischen magischen Tür Und wenn nicht Dann ist da auf jeden Fall irgendwas anderes Irgendwas ist irgendwo Da bin ich mir fast sicher Ja Ja aber hier bin ich definitiv falsch Ist es gar nicht hier in diesem Komplex etwa Irgendwie weiß ich es jetzt auch nicht Ich komme da nicht hin Wo das Gebiet mir anzeigt Dass ich hin soll Das wäre hier Das wäre wirklich hier Direkt hier Wo ich nicht rein kann Aufzug 10 ist glaube ich eh schon der höchste Aufzug Oder Ort Genau Ich könnte nur runterfahren Das will ich eigentlich nicht Wie komme Wie bin ich denn das letzte Mal Ah Finden wir schon Da hochkommen wäre vielleicht zum Beispiel interessant Na komm schon Captain Parcours Und dann Nicht mal das Ah laden wir mal die Geister hoch Die wir mittlerweile haben Ich fühle mich jetzt noch stärker Noch stärker Mehr Fähigkeitspunkte So jetzt Ich behalte jetzt Einmal wenigstens in meinem Leben Mein Ziel vor Augen Und will Ich weiß nur noch nicht was Ich finde die 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 Wasserschrotflinte schon ziemlich gut Aber ich glaube Feuer Ich finde Feuer einfach irgendwie cool Ich mag Feuer Vor allem Mehr Sprengradius Bei dieser aufgeladene Feuerexplosion Mache ich sehr gerne Mehr Feuer Sprengradius Als könnte ich es mit der ganzen Welt aufnehmen Hm Ich hab mir Ich wollte gerade sagen Ich würde auch gern Elementar weben können So wie er hier Aber in dem Moment Wo ich sagen wollte Habe ich mir gedacht Warum eigentlich Mir fällt keine einzige Praktische Anwendung Dafür ein Dass ich irgendwie Mit Wind, Wasser und Feuer Rumschießen könnte Was würde ich denn damit anfangen Nix Ich würde nur Sachen kaputt machen Bestimmt versehentlich Insofern lasse ich es lieber Ich will es doch nicht Also Ich nehme es Wenn es sein muss Aber wenn ich es mir aussuchen kann Nehme ich lieber eine andere Videospielfähigkeit Aha So war es Genau Ich erinnere mich Erinnere dich Simba Du kannst dich mit Seilen An Flukobold-Dämonen heften Da haben wir es Das ist die mysteriöse Tür Und da muss ich rein Aber leider Sind Menschliche Scheiben Gegen meine Magie Immun Aber was ist Wenn ich hier mal drüber springe Habe ich das schon mal gemacht Einfach mal außen rum gehen Teuflischer Plan Sieht so aus wie eine Sackgasse Hier leider Wenigstens ein paar Goldkrüge Dass es sich nicht ganz so Umsonst anfühlt Aber hier komme ich leider Auch nicht durch Ist das in Tokio Wirklich so Regnet es da alle Fünf Minuten Plötzlich Random Aber nur für ein paar Sekunden Und dann hört es wieder auf Oder was ist das Das ist bestimmt so ein Geisterregen Und ich verstehe es nur nicht Vielleicht hängt das auch Mit einer Nebenquest zusammen Das könnte natürlich sein Aber ich schaue mich jetzt Hier mal ausführlich um Ob wir nicht doch Irgendwie Einen Weg Da rein finden Könnten Mir kam das so komisch Auch vor Irgendwie Dass ich da Da Durch so ein Fernglas Gucke Und dann heißt So und jetzt musst du Wieder runter gehen Und dann geht es nicht mehr weiter Aber vielleicht ist es so Ich meine ich habe hier Windperlen als Dungeon Belohnung bekommen Vielleicht war es das einfach Aber egal was ich mache Ich laufe immer Um diesen wertvollen Objekt Kreis Rum Zu dem ich eigentlich hin will Und hier ist nix An der Gebäudeseite Ja dann weiß ich es auch nicht Dann kann mich das wertvolle Objekt Ding jetzt mal Dann machen wir jetzt mal Die Nebenmission Mit dem Tuch Im weißen Tuch Das Geiste Angreift Würde ich sagen Vielleicht Wenn ich irgendwann mal Eine bessere Objektaufspürfähigkeit Hab Und wir wieder Und versuchen es nochmal Los geht's Okay Das war jetzt die ultimative Fallschaden Härteprüfung Fallschaden können wir Streichen Gibt's nicht Find ich gut Ihr wisst ja vielleicht Ihr wisst ja vielleicht Wenn ihr meine Früheren Let's Plays Vor allem Zu Witcher Gesehen habt Dass ich quasi ständig Durch Fallschaden sterbe Und wenn dann so Spiele Wie Witcher 3 Beschließen Dass man stirbt Wenn man irgendwie Bei einer Treppe Zwei Stufen Runterspringt Oder so Dann bin ich quasi Schon tot Wenn ich das Spiel Starte Da hab ich keine Chance Kein Fallschaden Ist mein Verbündeter Okay Hier sind wir Eigentlich richtig Glaub ich Moment hier Hab ich gegen den Superdicken Gekämpft Aber ich sehe hier Kein weißes Tuch Ich bin zwar auch Kein Geist Ich höre Monsteratmung Slenderman Atmung Ich bin aber schon Richtig oder Ja genau Nebenmission Fange Das Ethan Momen Ja ich versuch's Aber ich geh mal schnell Darunter Töte die Bösen Und sammel die Geister Dann schauen wir nochmal Weiß auch nicht Ob ich auf der richtigen Ebene bin Natürlich Ne Wer weiß Hallo Alexandra Wie geht's Schön dass du da bist Willkommen Muss ich vielleicht runter Muss ich noch weiter runter Ich weiß nicht Ich dachte eigentlich Moment wird mir das nicht Wenn ich meine Geistersicht Aktiviere angezeigt Nö Achso das ist es Da oben fliegt's rum Achso Ich vergesse mal Dass man die Kamera Auch nach oben Und unten bewegen kann Du bist das weiße Tuch Du siehst nicht aus Wie ein weißes Tuch Und wie soll ich dich Fangen eigentlich Okay so nicht Äh Verdammt Warte mal Wenn's wirklich ein weißes Tuch ist Kann ich ihn vielleicht anzünden Nein Okay Angriffe sind nicht das wahre Dann versuchen wir mal Da hoch zu klettern Kommt gleich wieder Weißes Tuch Nicht wegfliegen Und nicht wieder Irgendwelche armen Geister Angreifen Ich bin Gleich da Puh Ich wollte schon grad schimpfen Von wegen Halt dich doch An der Kante fest Aber dann hat er sich Auch schon festgehalten Ist das so gedacht Irgendwie Ich weiß auch nicht Da ist es Ja Das muss ein Ethan Moment sein Es hat uns nicht bemerkt Komm wir schleichen uns an Hi Mr. Skyline Wir machen einfach hinterher Bis es stehen bleibt Wie geht's Bis es stehen bleibt Hinterher Okay Moment So Wann sind denn der Geister Auf dem Rasen Oder gibt's mehrere Von diesem komischen Rasen Vielleicht Nimm die mal mit Zu lange Viel zu lange Das ist beteil Das ist unsere Chance Oh warte Da ist Nebel Umdrehen Zurück Hilfe Befreit euch Löst euch Von euren Höhnen Kommt Kommt alle zu mir Laden wir mal unsere Geister hoch Oh oh Warum passiert das jetzt Sind wir in einer Zufällige Story Telefonzelle Gelandet Achso nein Das war nur so ein Kleiner Zufallsevent Okay Aber da hinten ist schon wieder Ein Geisterbaum Der wird nicht bewacht Kommt mir verdächtig vor Aber gut Ah ja Jetzt könnte ich mal gucken Ob wir hier unten Vielleicht irgendwie an dieses Besondere Wertvolle Objekt Kommen Das hier irgendwo sein soll Egal wo ich gehe Egal wie ich mich versuche Diesem gelben Bereich auf der Map Anzunähern Ich kann immer nur außen rumlaufen Das macht mich irre Diesen Geisterstaubsauger Den wir gerade Zerstört haben Verstehe ich persönlich Als Luigis Menschenreferenz Weiß nicht ob das so gedacht ist Aber ich glaube Das war ein Schreckweg 08 15 Ich höre auch Geisterstimmen Die ganze Zeit Hier in der Gegend Also irgendwas Ist hier Ich glaube Ich war noch nie da oben Ich glaube Da ist ein Schussgeist Das hat geklappt Okay Aber was jetzt Ich Ich gebe es auf Ich suche nicht mehr Nach diesem Schatz Es ist mir egal Jetzt machen wir noch Die Nebenmission hier Irgendwann Komm ich vielleicht wieder Jetzt machen wir die Nebenmission Und dann Und dann Wo ist eigentlich meine Hauptmission Ich Gerade stelle ich fest Dass ich mir nicht sicher bin Woran man Hauptmission erkennt Ach ja Das da oben ist Unsere Hauptmission Okay genau Ich mache mal eine Schnellreise Hierhin Dann sind wir nicht weit entfernt Von unserem Nebenmissionspunkt Ähm Da lang Waren wir schon in dieser Baustelle Mit Baustellen haben wir schon schlimme Erfahrungen gemacht Baustellen sind scheinbar oft Orte An denen viele Geister Ihr Umwesen treiben Oh das Telefon klingelt Das ist neu Ist da K.K.? Das hoffe ich doch sehr Bad Noch eins seiner Diktiergeräte Ich muss mehr über die Lage Shibuyas erfahren Könntest du dieses kuriose Mondphänomen untersuchen? Ich versichere dir Es ist äußerst wichtig Dazu brauche ich verschiedene Daten Du musst Messwerte an mehreren Standorten auslesen Ich habe die Ausrüstung schon vorbereitet Im Schließfach hinter dir 252 Ich zähle auf dich Schließfach hinter mir Wow Der kommandiert gerne rum, was? Ja, das ist Ed Aber wenn er so darauf besteht Muss es wichtig sein Aber hier sind viele Schließfächer Lass uns erst mal das Schließfach ansehen Ja Kombination 250 Oder sind das hier gar keine Schließfächer? Es sieht schon so aus, oder? Ah, ich glaube das hat nur ein bisschen Jetzt Okay Das hat ein bisschen Ich war ein bisschen voreilig Okay Was ist das für ein Teil? Wahrscheinlich so eine Art Messgerät Schnall es dir einfach an den Arm Jetzt brauchen wir nur noch freie Sicht auf den Mond Vielleicht auf ein Dach Ja, oder einfach hier Geht das nicht? Zählt das nicht? Ne Ich muss auf ein Dach Okay, von mir aus Ich muss sogar auf ein sehr spezifisches Dach Ne, auf drei unterschiedliche kann ich, wenn ich will Ja, keine Ahnung Dann los Halt Was ist das? Eine Nachricht Der blutrote Mond Zufall, dass wir das hier finden Hey, ist der Mond nicht wunderschön? Hm Für dich scheint er weiß Was? Ach so, sieht denn nicht jeder rot? Der Mond war doch eben noch blutrot Ich weiß, es ist nicht das beste Bild, aber Okay, interessant Wie kommen wir da hoch? Terry's Ob es da Joghurt gibt? Terry loves Joghurt Wahrscheinlich ist das ein Joghurtladen Mal schauen, was die Katze gerade denkt Der Mensch, der mich sonst füttert, kommt heute wohl nicht Ich hätte so viel Essen Warum kann ich eigentlich keine Katzen füttern in dem Spiel? Sieht ziemlich hoch aus Lass uns rauf gehen Ah, okay, da soll ich jetzt rauf Von mir aus Ah, das ist eine fliegende Chipstüte Ich habe mir gerade gedacht Hä, was ist das denn? Ich dachte, da sieht man irgendwie durch ein Fenster in der Tür Und es leuchtet innen komisch blau Aber nee, es ist nur eine fliegende Chipstüte Na gut, dann esse ich mal Chips Oh nein Wenn ich voll geheilt bin, kann ich nicht essen Das ist eine seltsame Mechanik Also ich meine, eigentlich wäre es eine relativ gewöhnliche Mechanik Aber dadurch, dass Essen meine maximale HP permanent erhöht Werde ich quasi dafür belohnt, wenn ich Schaden nehme Weil nur dann kann ich essen und stärker werden permanent Das ist ein bisschen seltsam Die Logik Lass mich doch einfach essen, auch wenn ich voll bin, spiele Warum denn? Warum muss ich denn unbedingt Schaden nehmen, nur um essen zu können? Finde ich komisch Naja Ah Würfel Da kommen die anderen schon wieder Die Besucher, oder wie sie heißen Werden ein paar Geister verschleppt Jetzt kann ich wenigstens essen Na, was ist los? Ah, da Ah, der hält was aus Wir haben sie gerettet Geister Geister Ah, das ist noch im Nebel Okay, da können wir gar nicht hin Aber ist eh wurscht Wir wollen da hoch Wir wollen da hoch, oder? Wollen wir da hoch? Ja, ich glaube schon Okay Kriegen wir schon hin Ein Stockwerk nach dem anderen Erst hauen wir schwebende Stühle Not on my watch Schwebende Stühle Auch Stühle haben sich an die Gesetze der Schwerkraft zu halten Große offene Fläche Ziemlich leer Keine, keine, kein Hinterhalt Keine Monster Seltsam Na meinetwegen Seltsam, oder? Wirklich So ein großes Gebiet Und dann gehe ich ums Eck Und dann ist da ein Geist Komisch Na ja Warum nicht? Ja, genau so Ja Meint ihr, es gibt in dem Spiel mehr Geister Als man maximal braucht Damit man quasi alle gefunden hat Weil die sind überall Und überall verteilt Wenn man da wirklich alle finden wollen würde Würde das am Ende Extrem nervig werden Es sei denn, man kriegt irgendwie freigeschaltet Dass alle Geister auf der Map angezeigt werden Aber ansonsten halte ich es ja fast für unmöglich Alle zu sammeln Außerdem Stimmt Stimmt Jetzt wo ich drüber nachdenke In diesen Events Wo die Besucher versuchen Die Geister zu stehlen Könnte man ja wahrscheinlich Geister verlieren Die Geister Erscheinen ja dann quasi als Belohnung Wenn man gewinnt Wenn man schnell genug gewinnt Insofern muss es mehr Geister geben Oder man könnte unmöglich Alle Geister kriegen Wenn man nur ein einziges Mal In so einer Kampfchallenge versagt Kann ich mir nicht vorstellen Okay, gut Die Tango Genauso heißen sie Danke Muss ich wirklich unbedingt Macht das Nen Unterschied Oh Wie müssen wir nach Blöck Siehst du was? Nach dem Kampf Führe ich den Gedanken fort Warum denn? Ist er zu weit weg Plötzlich Vielleicht Schade Ja Aha Ich verstehe Dafür sind die Feuersperre Auch ziemlich gut Aber leider ist auch Feuermagie Sehr limitiert Na dann Hätten wir das auch So Muss ich wirklich unbedingt Auf irgendeinen Wolkenkratzer Klettern Nur damit ich ein anständiges Foto vom Mond Für dieses Gerät machen Kann Ich mein Come on Wie weit ist der Mond Von uns entfernt? Die paar Meter Machen mit Sicherheit Nicht den Unterschied Und Ich Wir sind auch noch nicht so hoch In der Erdatmosphäre Denk ich mal Dass man da irgendwie Argumentieren könnte Dass die Refraction Geringer ist Oder was weiß ich was Ich glaube Das ist Quatsch Aber Wir sind hier In irgendeiner Mysteriösen Geisterwelt Ich schieße mit Windmagie Die ich mit meinen Fingern Webe Auf schwebende Tücher Ich sollte vielleicht Nicht mit zu viel Logik An das Ganze rangehen Wer weiß ob der Mond Da oben überhaupt Der echte Mond ist Vielleicht ist das Irgendein Geist Der in Wirklichkeit Nur 20 Zentimeter Vor meinem Gesicht Drum schwebt Aber immer exakt so Dass es aussieht Als wäre ganz weit weg Und riesig Wir wissen es nicht Es könnte sein Dann macht es auch Keinen Sinn Dass ich hochkletter Fällt mir gerade ein Aber ist ja wurscht Lass mich einfach Einfach den Mond Fotografieren Okay Okay Ja und jetzt Ach Ist das kein Entweder Oder Muss ich den Mond Aus allen Hochgelegenen Punkten Ja Okay Ich verstehe Ich dachte Ich muss den Mond Einmal scannen Und fertig Nein Ich muss auf drei Gebäude klettern Und den Mond Dreimal scannen Naja Das tut man nicht alles Wenn ich da rüberfliegen könnte Das wär's Aber das schaffe ich leider nicht Schade Oh nein Ich fall vom Haus Das war nicht was ich wollte Ähm Wo bin ich? Ah ich bin hier Und da ist die Hauptmission Und dahinter muss ich auch Okay Gehen wir in die Richtung weiter Genau Gleich da vorne Ist es dann irgendwo Oh Da ist irgendjemand Oh oh Hat sich aufgelöst Ist das gut oder schlecht? Hat mich das Monster gesehen oder nicht? Bin mir nicht sicher Da wären wir wieder Hier ist nichts Gehen wir Wie hier ist nichts? Da waren gerade überall Geister Oh guck mal What? Oh guck mal Die riesige Zweischwänzige Katze Da Werden das auch noch Gegner Dieses große Ding da Und das Katzenmonster Das macht mir ein bisschen Angst Da bin ich schon sehr gespannt drauf Das ist cool Fällt mir Und deswegen sind die Gegner verschwunden Die hier eigentlich platziert waren Ich verstehe Wow Wir sind wieder in der Realität angekommen Oder so Ja aber vielleicht nicht Wenn Gegner neben uns sind Und gerade vor uns aufmerksam werden Mensch Und wenn wir diese Ungerechtigkeit einfach hinnehmen Noch sind unsere Seelen Sklaven Einer irrsinnigen Tür Doch das muss nicht so bleiben Hört mich Ihr wandernden Seelen Befreit euch Oh ich könnte wirklich mal Einen Humpen essen Dammit Ah sowas ärgert mich Sowas ärgert mich wirklich Wenn Spiele so ein begrenztes Inventar haben Und mich dann Sachen nicht wegschmeißen Oder verbrauchen lassen Da geht es nur um meinen Um meinen Sammelzwang Um meinen Mein Na Ich muss Ich muss die Welt aufräumen Ich kann das nicht einfach liegen lassen Mach mich fix und fertig Dass hinten jetzt diese blöde Flasche rumschwebt Und nicht in meinem Inventar ist Wo sie hingehört Ups Da kann ich gar nicht weiter Hm Okay Da muss ich einen anderen Weg hochfinden Aber ist schon okay Ich brauch diese Flasche nicht in meinem Inventar Die kann ruhig hier rumschweben Die stört mich gar nicht Es ist natürlich totaler Quatsch Weil überall Überall sind Objekte Die ich nicht aufhebe Weil die Welt einfach zu voll geklatscht ist Mit allem Es ist eh klar Aber es stört mich wirklich ein bisschen Muss ich zugeben Was soll ich sagen Auf einer Antenne vorbeigegangen Und plötzlich hat sie gezuckt Brave Katze Danke für diese Information Aber willst du nicht irgendwie aus dem Regen raus So Wie kommen wir jetzt da hoch Schauen wir mal den anderen Weg Entlang Gehend Nochmal nach Warum ist hier nirgends ein Tengu An dem ich mich heften kann Ist hier schon wieder Nebel? Nein Oder Wie soll ich denn dann wirklich da hochkommen? Ah Hier ist eine Leiter Das ist gut Die versuchen wir Und mit Leiter meine ich Treppe Ah Hauruck Ähm Wo ist hier der höchste Punkt? Eine Geistermelone Mein Lieblingsessen In dem Spiel Bis jetzt Mal schauen was es noch gibt Meine Geistermelone finde ich schon sehr albern Das gefällt mir Nette Aussicht Echt schönes Plätzchen Und passt's Dann lass uns den Mond mal analysieren Okay Wir konnten in der letzten Zeit gar nicht den Mond bewundern Ja Die Pause tut gut Wir sollten uns bei Ed bedanken Ich glaube hier ist sonst nichts mehr Und weiter geht's Und weiter geht's Ganz recht Nur wohin? Moment Warum ist da ein Auto oben? Naja Warum nicht? Und jetzt wieder da lang Ah Ha Muss mal ganz kurz Ich hab irgendwie Achso der führt Ed dahin Dann ist schon gut Alles gut Schnellreise aktivieren Oh sprechen ey Das ist schon manchmal anstrengend Oh Okay Ich war grad Ach hier unten war der Dimitrescu Bosskampf Okay Alles klar Ich erinnere mich Ich war nur grad sehr verwirrt Weil das sah so aus als würde ich mitten in der Höhle stehen Und ich dachte mir Wie zur Hölle bin ich in so eine Tropfsteinhöhle gekommen Aber ich Es ist schon wieder alles gut Bip Ich find wirklich Dass diese schwebenden Staubsauger Wenn wir noch einen finden Zeig ich's euch Ich find wirklich Dass diese schwebenden Staubsauger Sehr stark Wie der Schreck weg Aus Luigi's Mansion aussehen Sehr stark Das könnte wirklich Eine Referenz sein Das sind nicht nur Irgendwelche Staubsauger Also man weiß es immer nicht Es könnte natürlich auch sein Dass in Japan Damals In den 80ern Oder was weiß ich Jeder Mensch Den gleichen Staubsauger hatte Und deswegen sehen alle Staubsauger Die abgebildet werden Von den Leuten Die mit denen aufgewachsen sind Genauso aus Aber Ich glaub Wir sind im Kampf Uh-oh Uh-oh Okay Okay das war's schon Ah Aber noch nicht ganz Nur die erste Welle Na schön Dann räumen wir hier auf Dann können wir uns in Ruhe umsehen Nein Warum ging das daneben bitte Ich werde mich beschweren Es gibt eine Anzeige Den Cheese hab ich nicht bestellt Okay Ich glaub das war's Erstmal hier Aber ich hab schon wieder Komisches Atmen gehört Also wir sind noch nicht fertig Das ist quasi der Kampfturm Ah da oben sind ganz viele Katzen Cool Wir waren jetzt quasi in zwei Einfach nur so Kletterrätseltürmen Das ist jetzt der Kampfturm Und wieder eine Baustelle Ich sag's ja Baustellen Ey Ist das Zufall Oder haben Baustellen In der japanischen Kultur Vielleicht wirklich den Ruf Alle miteinander irgendwie Geisterhaft unheimlich böse zu sein Oh Gott Oh Gott Also die Slenderwomen sind echt krass Die Slenderwomen Zeit für meinen Bogen Letzter Pfeil Mist Ich hab mich grad so ein bisschen gefühlt Und versehentlich Überdienen Slayer Als ich letzter Pfeil gesagt hab Letzte Geheimtechnik Flammen des Schwirbelschwumsels Hallo Katze Katze denkt nix Sind das nur dekorative Katzen? Die kann ich immerhin streicheln Aber die Katzen haben keine Gedanken Die ich lesen könnte Alle miteinander nicht Aber da liegt was neben einer von den Katzen Was ist das? Ja was ist das denn? Ich weiß es nicht Ein Tango Game Sticker Oder sowas Super Shinji Sticker Soll das Shinji Mikami sein? Wahrscheinlich Ein kleiner holographischer Viereckiger Sticker Den es in vielen Varianten Zum Sammeln gibt Ach was Und ich hab grad meinen ersten davon gefunden Mein erster Shinji Sticker Cool cool Die Katzen Vielleicht weisen mich Katzen auf Shinji Sticker hin Muss ich mal drauf achten Nein Nicht nach unten Nach oben Hurra Das ist der doofste Aufzug ever Kann der nicht höher fahren? Da haben wir noch nen Aufzug Das ist gut Na gut Dann schätze ich mal Nehmen wir den Ich muss sagen Der Regen sorgt schon auch ein bisschen Für ne Reizüberflutung Bei mir Überall Lichter Überall Reflektionen Und dann auch noch dieser Regen Und dann noch so Partikeleffekte Vom Kampf teilweise Was ist denn hier los? Ach da rinnt Wasser Von der Wand runter Das sieht sehr komisch aus hier Nein Nein W-w-w- Ah Ah Warum Der fährt aber jetzt hier hoch Na dann Ich muss schon sagen Ich muss schon sagen Ich persönlich Hätte von Tango Games Sehr gerne Ein The Evil Within 3 gehabt Für mich ist The Evil Within Das gewesen Was Resident Evil 5 Hätte sein sollen Und ich mochte auch den zweiten Teil Sehr gerne Aber Ich verstehe es erstens vollkommen Und finde es auch voll gut Dass die auch mal was anderes Was ganz anderes einfach machen Da ist Verderbnis Oh ja klar Kümmern wir uns erst mal da Okay Das hat geklappt Das hat geklappt Aber ich befürchte hier ist noch mehr Verderbnis Warum habe ich gerade Munition bekommen? Die ist plötzlich auf mich zugeflogen Durch die Wand Ich habe nichts gemacht Ich weiß nicht Aber gut Ich nehme es Schon wieder Ach wahrscheinlich von den besiegten Geistern vorher Ah Die Verderbnis hat überhaupt keine Geister in sich drin Au Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht Was das so genau bringt Wenn ich so Geisterweben mache Und denen die Fäden raumreiße Zeit als Gerät zu benutzen Er hat immer diese skurrilen Forschungen betrieben Aber ohne diese Arbeit wäre jetzt bereits ganz Tokio in Nebel gehüllt Ich spare Munition aber sonst Wahrscheinlich kriege ich einen Erfahrungspunktbonus oder irgendwas Irgendwas wird schon bringen Damit hätten wir es Damit hätten wir es Und jetzt schicken wir die Daten zurück Ich glaube ich muss mal wieder zu den Katzenhändlern im Park Oder auch zu anderen Katzenhändlern Ich habe mittlerweile echt Kohle glaube ich Ich muss nur mal wieder ein bisschen runter Weil unten an der Baustelle War irgendwo noch ein Geist Ein Geistercluster Und wenn wir jetzt schon hier sind Dann will ich den noch schnell einsaugen Das ist noch nicht Geistercluster Ich komme Okay cool Dann hätten wir das Ich Essen happen Ich nehme noch mehr Essen mit Drei farbige Dango Jetzt lasst mich mal kurz ins Inventar gucken Weil ich glaube Ich möchte Dass das Ausrufezeichen verschwindet Und ich weiß nicht warum das hier ist Weiß ich wirklich nicht Was will mir das Ausrufezeichen denn sagen Keine Ahnung Ich möchte in Wirklichkeit Ein Nahrungsmittel Von dem ich fünf habe Wie zum Beispiel Die Geisterchips ausrüsten Damit die mal weggegessen werden Das ist gut Das ist sehr gut Sollen wir uns umziehen Nein Oder ist ja wurscht Aha Aber ich habe wirklich nur noch Zwei von fünf Betäubungstalismanne Die sind wirklich ein Verbrauchsgegenstand Also die Das ist nicht Also keine Ahnung Irgendwas ist das Mit diesem Verbrauchstalisman Oder so So Da müssen wir hin Dann reise ich mal hier hin Schnell Schnell Hi Cypress Hill Ich sehe dich jetzt erst Willkommen Hallo Ich hoffe Du hast nicht schon vor 100 Stunden geschrieben Ich war so ins Spiel vertieft Ich habe wieder nicht in den Chat geguckt Übermitteln wir mal unsere Geister Ich glaube wir sind mittlerweile echt ziemlich reich Es ist so irre Ich habe das Gefühl Wirklich seit wir das Spiel gestartet haben Vor immerhin schon jetzt Weiß ich nicht genau 7-8 Stunden oder so Habe ich nix getan Außer Geister retten Nix Und wir haben jetzt Nicht mal 10% glaube ich Oder Ich habe jetzt Ich weiß die Zahlen gerade nicht mehr Die es uns gerade angezeigt hat Aber sowas in der Richtung Meine Güte Das Spiel ist schon ein bisschen bekloppt Oder Was das angeht Ich weiß schon Ich weiß schon Ich müsste die Geister nicht unbedingt sammeln Aber Ich muss es halt Ich kann auch nix dafür Ähm Erwarteten Rahmen Nein Ein Moment Könnten die Werte innerhalb dieser Parameter liegen Weil sie meiner Annahme entsprechen Könnte meine anfängliche Theorie zur Echtheit des Mondes ungewollt dazu geführt haben Dass sie sich bewahrheitet Wenn wir annehmen Dass alles in dieser Welt einem Plan folgt Aufgelegt Ist anscheinend doch nicht mehr so dringend Zerbricht dir darüber nicht den Kopf Das ist sein Job Der blutrote Mond Outfit Nur aus Neugier Wie sieht der Mond für dich aus? Wie ein frisches Ei auf Sobanudeln Was ist los? Ich glaube wir haben gerade ein Easter Egg Crossover Outfit freigeschaltet irgendwo oder? Ja Ganz genau Wir haben den Vault 111 Fallout 4 Vault Anzug bekommen Den ziehen wir an Aber der Sound der da spielt ist irgendein Fantasiesound Der ist nicht direkt aus Fallout 4 Nö Finde ich nicht Aber gut Hat der auch irgendwelche Irgendwelche Fähigkeiten Dieser Anzug hilft dir durch schwere Zeiten Hm Ah ja hier steht Dieses Outfit verändert das Aussehen vom Bogen und der Pfeile Hier steht einfach nur Vergiss den Mond Abmarsch Na gut Ist ja auch so ein bisschen postapokalyptisch hier Es ist postapokalyptisch Nur anders Nur eine Geisterapokalypse Hat hier stattgefunden Ähm Moment Wie war das gleich nochmal? Ich gucke da in die falsche Richtung Na toll Ich wollte eigentlich, dass du den Tanz in die Richtung machst Ah, jetzt Ah, jetzt Ja gut Vault ausführen Wunderbarer Schnappschuss Okay Weiter geht's So Nebenquest erledigt, oder? Ja, ich glaube wir haben alle Nebenquests jetzt erledigt Die wir aktuell zur Verfügung haben Es gäbe Oh nein, hier hinten ist noch eine Die machen wir noch Die Stimme Wie, wie hieß die? Die Stimme in der Wand Das klingt doch spannend Und es gäbe ganz viel Collectibles Die wir sammeln könnten Und so weiter Aber ich würde sagen Nach der Nebenmission Machen wir dann die Hauptmission Hier oben Befreien vielleicht hier gleich noch den Schrein Wenn wir schon dabei sind Und dann Okay Ausgemacht Machen wir Wo ist hier der nächste Schnellreisepunkt? Schnellreisen Ich bin ja gespannt Was für Bethesda Easter Eggs Wir hier noch finden Und jetzt Ich meine Das Spiel wurde jetzt quasi noch Ne, ich meine Spielentwicklung dauert lang Das ist von den aktuellen Ereignissen Noch nicht so beeinflusst Aber in Zukunft Bin ich schon gespannt Welche Easter Eggs Man jetzt im Großen Microsoft Kosmos In so Bethesda Spielen Finden können wird Weil theoretisch Können die jetzt alles reinpacken Jetzt wo Activision Auch noch zu Microsoft gehört Ist jede zweite Große Lizenz Irgendwie bei Microsoft Nein Das stimmt natürlich nicht Aber schon viele Da müsste ich Irgendwie hin Vielleicht doch die Exitengasse hier Na dann gehen wir doch mal in den vierten Stock dieses Hotels Das sind die Nebenmissionen Die mag ich Oh Gott Die Missionen In denen man wirklich so Gebäude betritt Und das so kleine Dungeons sind Die waren bis jetzt eigentlich immer ganz cool Da passieren dann immer komische Sachen Das hat mir bis jetzt immer gut gefallen Da bin ich gespannt Rezeption Klauen wir den Rezeptionisten hier Oder der Rezeptionistin mal Das Mittagessen Ich mein Der oder die ist jetzt Geist Insofern Passt schon Die brauchen das nicht mehr Vierter Stock Los geht's Auf jeden Fall ist hier schon Ein komischer Griselfilter Irgendwie über alles gelegt Sehen wir einfach mal nach Ob es was interessantes geht Oder geht mein Bildschirm gerade kaputt Ich bin mir nicht sicher Hallo Aha Das ist eine Ganz genau Ah Ein Yo-Kai Ein Nurikabe Muss ich im Zimmer versteckt haben Und ist stecken geblieben oder was Sehen wir uns da drin mal um Okay Nachricht Ich behalte das Bild erstmal bei mir Damit ich es bewundern kann Meine Familie würde es sowieso nur verstören Wenn ich es nach Hause mitnehme Aber so kann ich sie anschauen Solange ich will Wenn ich sie anschaue Lösen sich alle meine Sorgen in Luft auf Eines Tages werde ich dieses Hotel verkaufen Und mit ihr auf Reisen gehen Ich muss wohl eingeschlafen sein Komisch Da ist keine Tür mehr Ich sehe nur noch Wände Was ist hier los Ich komme hier nicht raus Aber gut Solange ich hier bin Kann ich wenigstens mit ihr alleine sein Vielleicht bleibe ich einfach für immer hier Er wurde von dem Nurikabe eingeschlossen Aber es scheint so Als hat es ihm nichts ausgemacht Hier festzustecken Vielleicht war er in die Frau Auf diesem Bild verliebt Oh Was ist das? Ukiyo-e von Utamaro Ein Ukiyo-e des Künstlers Utamaro Kitagawa Oh Gott Wir haben schon wieder ungefähr 5 Millionen Einträge angestaut Wollen wir die alle lesen? Ich befürchte schon, oder? Ich will es eigentlich lesen Ich habe es mir fest vorgenommen Also machen wir es Ha Lesestunde Los geht's Ich gehe ein bisschen näher an den Bildschirm Weil es ist schon ein bisschen klein Wenn ich so weit weg sitze Muss ich sagen Die Schrift Aber wenn ich zu nah dran gehe Während des Spielens Dann wird mir ganz Wuselig im Kopf Ähm Utamaro Kitagawa War ein japanischer Künstler der Edo-Zeit 1603 bis 1868 Der auf das Genre der Bichinga Darstellung von schönen Frauen spezialisiert war Das kennt man, ne? Diese Art, wie das Bild gezeichnet ist Das kennt man auch im Westen Das ist ganz typisch So japanischer Mittelalterlicher Zeichenstil Und das ist anscheinend der Bichinga-Stil Okay Äh Seine Beliebtheit stieg mit Meteoritenhaft an Ist das nicht ein komischer Ausdruck? Fliegen Meteoriten nicht immer nur nach unten? Also von unserer Perspektive aus zumindest? Aber ist egal Seine Beliebtheit stieg meteoritenhaft an Als er die Technik des Okébu-Ä Eines Ukiyo-Ä-Stils Bei dem normalerweise nur der Oberkörper des Motivs gemalt wurde Auf Bichinga anwandte Leider war die Aufmerksamkeit für den Künstler ein zweischneidiges Schwert Die Regierung des Shogunats sah ihn als einen gefährlichen Unruhestifter an Und er ließ ein Gesetz Das die Anfertigung von Okébu-Ä verbot Okay Weil er Gemälde mit Oberkörper gemalt hat Menschen mit Oberkörper Gefährliche Unruhestiftung Äh Zwar setzte er sich über das Gesetz hinweg Und schuf weiterhin seine Kunstwerke Doch aufgrund eines Bildes Das Hideyoshi Toyotomi Bei der Betrachtung von Kirschblüten zeigte Wurde er verhaftet und ins Gefängnis geworfen Er wurde eher krank Da wahrscheinlich wurde er krank Und starb zwei Jahre später Tja Ah, unser Super-Chinchi-Sticker Ein kleiner, holographischer, viereckiger Sticker Es gibt ihn in vielen verschiedenen Variationen Kann man sammeln Solche Sticker und auch Spielzeuge Werden häufig in abgepackten Süßigkeiten und Snacks Als Überraschung versteckt Diese Sammelobjekte sind von Kindern und Erwachsenen Gleichermaßen beliebt Und dann haben wir noch hier Dotaku Ich kann mich gar nicht mehr erinnern Wann wir die gefunden haben, die Glocke Soll die unten zu sein Oder haben die da nur Schlampigerweise so eine braune Textur drauf geklatscht Damit man nicht reingucken kann Bin mir nicht sicher Von den anderen Seiten kann man reingucken Also nehme ich an, das soll so sein Dass da so was Braunes unten klebt Eine aus Bronze gegossene Glocke Die vermutlich während der Yakui-Zeit Circa 1000 vor Christus 200 Bis 200 nach Christus in Japan Hergestellt wurde Die Silbe Taku Bezieht sich auf eine chinesische Glockenart Doch es ist nicht bewiesen Ob die Dotaku tatsächlich als Musikinstrument gebraucht wurden Nachdem sie nach Japan kam Veränderte sich ihr Aussehen stark Nicht nur wurden sie größer Sie wurden auch mit Motiven verziert Gegen Ende der Yakui-Zeit Wurden Dotaku geschmiedet Die über einen Meter groß waren Ausgrabungsstücke legen nahe Dass die Dotaku Ab dem dritten Jahrhundert Nicht nur nicht mehr hergestellt Sondern aktiv zerstört wurden Eine Theorie besagt Dass sie den Machthabern Als rituelle Symbole Einer vergangenen Ära Ein Dorn im Auge waren Ja Interessant So was haben wir hier Sanierungsgebiet von Yashin Dieses Sanierungsgebiet Ist ein Symbol Des baldigen Wiedererwachens Von Shibuya Etliche Pläne Werden hier gleichzeitig verwirklicht Um Verbesserungen für Verkehr Sehenswürdigkeiten Und vieles mehr herbeizurufen Das Baustellenlabyrinth Bei der Eile Mit der Sanierung in Shibuya Vorgenommen wurden Ist es kein Wunder Dass überall Baustellen zu finden sind Halbfertige Straßen Enden auf den Sackgassen Und wer ein im Bau Befindliches Gebiet betritt Fühlt sich oft Als hätte er sich In einem Labyrinth verlaufen Einkaufszentrum Shibuya Kageri Da waren wir gerade Ein großes Einkaufszentrum Voller trendiger Geschäfte Boutiquen und Lebensmittelhändler Dies ist der Hotspot Für Läden Die im Zentrum Der modernen Kultur Shibuyas stehen wollen Damit ist es nicht nur Ein beliebtes Shoppingziel Sondern auch ein Wichtiges touristisches Wahrzeichen Und ein beliebter Ort Für Dates So wie sich das anhört Und wie das aussieht Könnte das ganze Spiel Da drin spielen Glaube ich Wenn die alles ausbauen Und so weiter Das ist eine Stadt Das ist eine fucking Stadt In einem Gebäude Bahnhof Shibuya Ein bedeutender Kopfbahnhof Der viele Bahnlinien Tokios verbindet Er zählt zu den meistgenutzten Bahnhöfen in ganz Japan Und wird zu jeder Tageszeit von großen Menschenmengen frequentiert So Schlüsselobjekte Da haben wir neu die Das hier Shirikadama Ein mythologisches Organ Das angeblich die Quelle der menschlichen Lebensenergie sein soll Okay In Volkserzählungen Den Clown Kappa Eine Art Yokai Ist gerne von ahnungslosen menschlichen Opfern Ach guck Das ist ja ziemlich crazy Deadlift Dankeschön Für die Bits Freut mich sehr Das Glas wird wieder mal gesprengt Dankeschön Vielen Dank Vielen Dank Beste Stimme Nach dem Medical Detective Sprecher Okay Dankeschön So Was haben wir hier noch Ein neues Nahrungsmittel Ja Ich habe beim letzten Mal gesagt Wir lesen sogar die neuen Nahrungsmittel Auch wenn ich die jetzt nicht super spannend finde Aber Auch hier lernen wir ein bisschen was Über die japanische Kultur Ist doch nett Oder Eine beliebte Sorte Onigiri Mit einer Thunfisch-Mayonnaise-Füllung Das klingt super widerlich Aber irgendwie auch interessant Ich würde mich gerne probieren jetzt Aber eine Thunfisch-Mayonnaise-Füllung Klingt krass auf jeden Fall Intensiv Im Vergleich zu anderen Onigiri Sind die mit Thunfisch-Mayo Eine relativ neue Erfindung aus dem Jahr 1983 Seitdem haben diese sich zu einem der beliebtesten Schnellgerichte in Japan entwickelt Der Legende nach entstand die Geschmacksrichtung Als ein Industrie-Industrie-Insider sah Schönen Abend Schönen Abend Danke Surala Wisst ihr was mich stört? Das machen so viele Spiele Das stört mich super stark Ähm Dieses Spiel hier Hat bei jedem neuen Eintrag Den wir finden Ausrufezeichen Damit ich erkenne Welcher neu ist und welcher nicht Aber wenn ich an den unteren Rand gehe Wisst ihr Also das Ausrufezeichen verschwindet Wenn ich den neuen Eintrag wähle Aber wenn ich jetzt einmal nach unten lenke Weiß ich nicht Ob da jetzt ein Ausrufezeichen gewesen wäre oder nicht Weil damit ich runtergehen kann Und ihn auswählen kann Muss ich ihn ja schon auswählen Und dann verschwindet das Ausrufezeichen Deswegen weiß ich jetzt nicht was Neues und was nicht Und man kann nicht runterskippen Ich probiere alle Tasten aus Ich kann nicht irgendwie die Leiste bewegen Geht das mit der Maus? Ich hätte ja auch noch eine Maus hier Ja Mit dem Mausrad geht's Aber mit dem Controller nicht Ein bisschen doof, ne? Okay Schauen wir mal Was haben wir hier? Rote Bohnen Ohagi Ein Klebreisbällchen Das mit roter Bohnenpaste umhüllt Und als Süßspeise serviert wird Okay Ich muss Das muss ich verarbeiten ein bisschen Reis mit Bohnen Beschmiert Ist eine Süßspeise Okay In bestimmten Kreisen Variiert der Name Je nach Jahreszeit So heißt die Speise Ohagi Wenn sie im Herbst serviert wird Aber Botamachi Im Frühling Das ist ja auch interessant Das Essen Den Namen Je nach Jahreszeit Verändert Ich meine Es gibt Es gibt so Sachen Je nachdem Wie sie serviert werden Bei uns auch Also in Österreich Zum Beispiel Fällt mir da immer Der Palatschinken ein Der Der Pfannkuchen Quasi Der Palatschinken Der aber nur Wenn er süß ist Ein Palatschinken ist Wenn man ihn in eine Suppe schneidet Ist es eine Friedattensuppe plötzlich Obwohl es genau Das gleiche Objekt ist Nur anders serviert Der Palatschinken Und die Friedatten Aber Dass es von der Jahreszeit abhängt Ist schon Interessant Auf jeden Fall So was haben wir hier noch Die Takoyaki Tintenfisch Im Teigmantel Der zu einer Kugel Geformt Frittiert Und im Sechserpack Serviert wird Die perfekte Mahlzeit Für zwischendurch Also Tintenfische essen Das nehme ich persönlich Das geht zu weit Und dann haben wir noch Erdbeer Kagigori Das habe ich ja vorher Von der Katze gekauft Rasiertes Eis Was Rasiert Nennt man das so Wenn man was crusht Also so Wie das da ist Na gut Rasiertes Eis Auf japanische Art Mit Erdbeersirup Genau Wie andere Eis Desserts Wie zum Beispiel Der Snowcone Ist Kagigori Besonders im Sommer Beliebt Und wird häufig Mit Hilfe Kleiner Eis Maschinen Zu Hause Zubereitet Na dann Gehen wir zu den Charakteren Über Ja wir haben jetzt so lange Nicht mehr gelesen Jetzt haben wir was Nachzuholen Aber Auf die neuen Mythologischen Kreaturen Bin ich jetzt wirklich Sehr gespannt Was haben wir jetzt hier Neues Die unverwüstlichen Läufer Na gut das ist ein bisschen Langweilig Das sind nur stärkere Regenläufer Ich glaube nicht Dass es in der japanischen Mythologie da wirklich Diese Unterscheidung gibt Oder Ich glaube das ist eher Eine Eine Ingame Unterscheidung Eine Gameplay Unterscheidung Aber wer weiß Besucher die aus der Stille Ah die haben auf jeden Fall Eine eigene Beschreibung Na dann Besucher die aus der Stille verborgenen Wut derer Entstehen Die ihr Leben lang Erbarmungslos Mit Füßen Getreten wurden Ist diese Wut Einmal Empfesselt Ist ihre Mörderische Raserei Äh ist ihrer Mörderische Ra So Ist ihrer Mörderischen Raserei Kein Einhalt Mehr zu gebieten Okay Die Regenschlitzerin Das sind schon Die krassesten Die Unverwüstlichen Läufer Sind quasi so Tank Regenläufer Aber das sind die Damage Dealer Regenläufer Superschnell Und aggressiv Die sind gefährlich Schattenjäger Genau Die haben wir oben Im Gebäude Irgendwo getroffen Im Grunde einfach nur Regenläufer mit Polizeiuniform Oder sowas Aber gut Unten im Laserschwert Oder so Besucher Die aus der Selbstzerstörung Derer Entstehen Die aus den Augen verloren Haben Was sie Einst Beschützen Wollten Und die Zu genau Dem Wurden Das sie Bekämpften Dargestellt Durch quasi Einen Korrupten Polizisten Oder so Dann haben wir Den erbarmungslosen Läufer Der Miniboss Gegen den wir Gekämpft haben Sieht aus wie Ein Yakuza Boss Also wie ich mir Einen vorstelle Nein das stimmt Nicht ganz Die Yakuza Bosse stelle ich mir Aufgrund der Yakuza Spiele Wie so alte Männer In traditionellen Japanischen Roben vor Das ist eher So ein relativ Hochstehender General Aber nicht Der Oberboss Der erbarmungslose Läufer Besucher Die aus grausamen Gedanken Erwachsen Sie neigen Zu Raserei Und Randalieren Mit ihren Massiven Aufgedunzenen Körpern Durch die Gegend Das ist irgendwie Lustig geschrieben Während sie Ihre stumpfe Waffe Ohne Erbarmung Schwingen Da habe ich mir Vorher schon gedacht Ob das ein Bierfässchen ist Das er da rum Schwingt Aber wahrscheinlich Ist das irgendein Traditioneller Hammer Oder irgendwas Ah ja Die Schülerin Des Leides Kannten wir Bisher schon Jetzt haben Wir die Schüler Der Schmerzen Kennengelernt Besucher Die aus der Ruhelosigkeit Junger Schüler Im Angesicht Ihrer Ungewissen Zukunft Entstehen Sie Entfesseln Die ganze Wucht Ihrer Frustration Über jeden Der das Pech hat Ihnen über Den Weg Zu laufen Ich finde Das echt Super Interessant Weil diese Ganze Gegner Kategorie Von den Regenläufern Bis hier runter Sagt viel Über die Japanische Gesellschaft Aus Das sind So diese ganzen Klischees Die wir Alle In- und Auswendig Können Dass die Den ganzen Tag Nur Arbeiten Dass die Quasi Ihr Leben Auf dem Büro Verbringen Und kaum Privaträume auch nur Und Das Schülle hier, glaube ich, schon sehr spannend macht. Gut, dann haben wir die Marionetten. Die sind auch, also beim Monster-Design waren sie schon ein bisschen, da haben sie halt einfach mal schnell einem Gegnertyp einen Hut aufgesetzt und bam, neuer Gegnertyp. Nächstes, nächstes Projekt. Aber mein Gott. Marionette. Besucher, die aus dem Pessimismus einer unbedeutenden Existenz entstehen. Sie heilen alle Besucher um sich herum mit scheinbar grenzenloser Energie und absoluter Hingabe. Die Verlassenen, diese kleinen Schulkinder, die andere zur Hilfe rufen. Besucher, die aus dem Leid misshandelter Kinder entstehen. Sie sind nicht kämpferisch veranlagt. Wenn man sie erschreckt, rufen sie andere Besucher herbei und fliehen. Oder man schleicht sich an sie an und reißt ihnen das Herz raus. Es ist alternativ möglich. Ich habe schon, als ich das gemacht habe, bei dem einen Schulkind-Geist, da hatte ich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Jetzt, nachdem ich das gelesen habe, macht es nicht unbedingt besser. Na gut. Ah, und hier haben wir die Kappa. Guckt sie euch an. Hässlich, kleine Schildkröten-Gurkentrolle mit Münchs Glatzen. Ähm. Hübsch. Die Kappa. Äh, ein in ganz Japan bekanntes Kappa, das angeblich in der Nähe von Flüssen und Teichen lauert. Ein in ganz Japan bekanntes Kappa? Sind die sicher, dass die das schreiben wollten? Es geht doch hier um Kappa allgemein. Naja. Achso, das geht noch weiter. Na dann. Seine Berühmtheit gab Anlass zu zahlreichen Legenden über seine Lebensweisen und seine Interaktion mit den Menschen. Moment beruht die Legende nur auf einem einzelnen Kappa. Ich dachte, das sind so Fabelwesen wie Kobolde oder sowas, die es ganz oft geben soll, überall. Doch, ist auch so, glaube ich. Die bekannteste handelt davon, dass Kappa Menschen zu sich in den Fluss ziehen und ihnen ihr Shirikadama entreißen. Ein mythologisches Organ, das die Lebenskraft enthalten soll. Die herausgerissenen Shirikodama werden von den Kappa gefressen oder einem höheren Kappa als Opfer dargeboten. Menschen ohne Shirikadama werden furchtsam und scheu, als hätten sie ihre Seele verloren. Doch nicht alle Geschichten über Kappa sind derart düster und brutal. Einige Kappa sollen sogar eine Vorliebe für den Sumo-Kampf entwickelt haben. In der Tat sind die Geschichten über ihre Rangeleien in ganz Japan bekannt. Ihre Sportlichkeit kann den Kappa jedoch auch zum Verhängnis werden. Auf ihrem Kopf befindet sich eine Schale, die auch Sarah genannt wird. Diese Schale enthält Wasser. Wenn die Kappa Wasser daraus verlieren, werden sie geschwächt. Ein Nachteil, den siegeswillige Gegner gerne ausnutzen. Ja genau, das Kappa-Zeichen im Chat natürlich. Kappa sind außerdem für ihre Vorliebe für Gurken bekannt, die daher stammen soll, dass man im alten Japan den Wassergöttern oft Gurken opferte. Dies wurde lange nahe, äh was, dies wiederum legt nahe, dass die Kappa selbst eins als Wassergötter angesehen wurden. Auch heute noch werden Maki-Rollen, die mit Gurken gefüllt sind, deshalb Kappa-Maki genannt. Aha, das ist ja nett. So, weiter geht's. Mit dem großen Tofu-Knödel, der gerade die Tür verstopft hat. Der Nuri-Kabe, eine besondere Art von Yokai, die Wiege versperrt. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Von tatsächlich vorhandenen Mauern bis hin zu unsichtbaren Barrieren, die Menschen daran hindern, den Weg fortzusetzen. Den Legenden zufolge können diese Barrieren unendlich breit sein. und lassen sich nicht umgehen, umstürzen oder zerschlagen. Laut der Legende besteht die Lösung darin, mit einem Stock am unteren Ende entlang zu fahren, wodurch die Nuri-Kabe verschwinden sollen. Ich hab einfach meinen komischen Ich-reiß-den-Geister-in-das-Herz-raus-Move gemacht. Das hat auch funktioniert. Ich find diese Wesen, wo Objekte plötzlich lebendig werden, die sehen so albern aus. Dieser Geister-Regenschirm hier. Sieht so bekloppt aus. Und jetzt haben wir hier auch noch ein weißes Tuch. Einfach nur ein weißes Tuch. Der Ito Momen. Yokai, die einem großen weißen Tuch ähneln und im Süden Japan gesichtet worden sein sollen. Wahrscheinlich ist da irgendein Blatt Papier durch die Luft geflogen und alle sind durchgedreht. Das Itan im Namen bezieht sich auf eine Mars-Einheit, die in der japanischen Textilindustrie benutzt wird und die Stofflänge bezeichnet, die man für einen einzigen Kimono benötigt. Itana Momen scheinen nach Sonnenuntergang, äh, erscheinen nach Sonnenuntergang und greifen Menschen an, indem sie sich um ihre Köpfe wickeln, ihnen so die Augen verbinden und sie schließlich ersticken. Meine Güte, die sehen immer, die sind immer so lustige Gestalten, die fliegen so durch die Luft, so ein weißes Tuch, guck's dir an, sieht albern aus, ha ha ha, und dann wickelt er sich um Köpfe und erstickt Leute. Plötzlich wird's dann immer so bäm, super dark. Gerade war noch alles. Die wissen nicht, wann Schluss ist, diese, diese Yokai. Die wissen nicht, wann der Spaß vorbei ist. Personen, die den Angriff eines Itana Momen überlebt haben, berichten, dass die Yokai plötzlich verschwanden, wenn es von einer, von einer Klinge geschnitten wird und sein Blut an der Hand des Opfers zurücklässt. In Regionen, denen angeblich Itan Momen gesichtet wurden, warnten Eltern ihre Kinder davor, abends zu lange draußen zu bleiben. Sonst könnten sie von einem Itan Momen geschnappt werden. Ein Beweis dafür, welche furchterregenden Ruf sie haben. So, das sind die Nachrichten, die lesen wir eh immer alle, wenn wir sie finden. Und das sind Tutorials, die können wir uns auch schenken, weil ich hab sowieso keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Also, können wir weiterspielen. Danke. Wo waren wir? Was mach ich hier eigentlich? Ich hab komplett vergessen, was los ist. Wir haben hier jemanden gefunden, der hier eingemauert war. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Wo ist er? Ach so, hier sind seine Klamotten. Ja, der hat sich, der hat, wie alle anderen, hat er sich aufgelöst, ist verpufft. Klar. Aber hier war ein Geist, der ein Zimmer versteckt hat und in diesem Zimmer ist dieser Mann quasi verschwunden. Aber ist niemandem aufgefallen, dass hier ursprünglich mal noch ein Zimmer hätte sein müssen? Ich schätze mal, das gehört zu den Fähigkeiten dieses komischen Geistes, dass der auch die Köpfe der Leute beeinflusst, die beobachten, wo er ist oder war oder wird oder was oder wie. Sagen wir mal dem Geisterhandwerker Bescheid, dass wir seinen komischen Tofu-Geist gefangen haben. Schuld war ein Yokai, das man nur die Kabe nennt. Deshalb ist auch der Besitzer verschollen. Ihr sagt, dass ein Yokai dein Versteckt? Das erklärt einiges. Gut, dass wir dieses Geheimnis gelüftet haben. Kablum. Super Reichtum des Todes Deluxe. Na, schön. Dann ist jetzt Hauptquestzeit. Wir haben jetzt genug rumgetrödelt. mit Nebenmissionen und Stuff. Opferkasten. Verkaufsstände. Das stimmt schon. Okay, eine Sache noch schnell. Wir sind neuer Katzenhändler und wir sind reich. Ihr seht schon, wo das hinführt. Müssen wir noch schnell gucken, was der im Angebot hat. Ah, da oben sind Geister. Ich bin zu tief gefallen. Ja, ja. Die sind später auch noch da. So, Katzenhändler. Ah, da ist er. Wie läuft's? Wie wär's mit ein bisschen Arbeit? Arbeit? Ich bin eigentlich zum Shoppen hier. Aber wenn du ne Quest hast, sag ich nicht nein. Lieber Katzenkerl. Markier mal die ganzen... Ah, aber zwei hab ich, die ich ihm verkaufen kann. Die goldene T-Schale. Bitte schön. Und die Sachi-Hoko-Statue. Bitte schön. Und wir können hier KKs Aufzeichnungen. Die muss ich echt kaufen. Dann erfahren wir mehr über KK. Aber so viel Geld haben wir leider auch wieder nicht. Ich könnte einen neuen Song kaufen. Ein neues Emote für den Fotomodus. Finde ich so komisch. Und neue Klamotten. Aber ich bin mit unserem Vault-Dweller-Suit eh ganz glücklich. Und dann sparen wir lieber, dass wir KKs Aufzeichnungen kaufen können. Dann erfahren wir etwas über diesen mysteriösen Personen-Kerl. Ähm. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, weil in dem Gebiet, wo dieses Schnellreise-Ding ist, aber das ist schon wieder so ein... Ja, ich verstehe schon. Ich wollte gerade sagen, irgendwo in diesem Schnellreise-Bereich gibt es nämlich so einen seltenen Schatz für so eine Katze. Da wollte ich gerade gucken, weil ich mir dachte, der muss doch zu finden sein. Aber das ist schon wieder so ein mehrstöckiges Gebäude mit ganz viel Ebenen. Der kann überall sein. Ich gebe es auf. Die nehme ich mit, wenn ich sie finde. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Muse aktiv, nach denen zu suchen. Habe ich hier einen Geist übersehen? Ach, der kann reden. Ach so, das war die weiße Tuch-Quest- Questgeberin. Dass man mit denen noch reden kann, aber nicht muss. Warum nicht? Okay. Hauptquest. Aber erst freien wir das Tor. Okay, gehen wir zu Fuß. Da ist kein Schnellreisepunkt in der Nähe. Es ist nicht weit. 150 Meter. Hier ist so ein Staubsauger. Der sieht von der Form her, jetzt muss ich echt mal kurz, wartet mal schnell. Uah! Okay, Moment. Ich mache schnell meinen Browser auf. Okay. Moment. Luigi's Menschen. Ich weiß nicht, wie der im Englischen heißt, aber wird schon gehen. Schreck weg. Ja. Weiß ich nicht. Jetzt zu dem direkten Vergleich kommen mir Zweifel, muss ich sagen. Aber die Form stimmt schon. Nee, der Griff ist anders. Hat keinen Griff oben. Wenn die Form jetzt wirklich gleich gewesen wäre, der Griff gleich gewesen wäre und so weiter, hätte ich gesagt, okay, da könnte was dran sein, weil der sieht schon anders aus. Nee, okay, keine Referenz. Vergesst es. Weg damit! Ich bin enttäuscht. Das wäre die Chance gewesen, dieser Entwickler. Das Problem ist halt auch ein bisschen, dass Nintendo total bescheuert ist. Das muss man echt sagen. So gern ich die Nintendo-Spiele mag und so cool ich das finde, was die für gepolischte, high-quality, coole Ideen, innovative Sachen abliefern, muss man ihn definitiv lassen. so sehr nervt mich das, dass die wirklich mit ihren Lizenzen komplett durchdrehen und mit ihrer Lizenzpflege und dass die Fan-Projekte sofort, sofort, da sagt jemand, hey, ich mache ein Non-Profit-Mario-Spiel, das voll nett und witzig ist und dann kommt sofort die Nintendo-Anwaltsarmee und knüppelt den nieder. Das ist einfach nicht cool. Ich weiß nicht, warum Nintendo ihre Anwälte zum Knüppeln losschickt, aber es ist so. die könnten da echt so wie im Grunde alle anderen Videospielfirmen im Universum ein bisschen gechillter sein und sich freuen, dass sich so viele Leute mit ihrem Zeug auseinandersetzen und das so gerne mögen. Ah, da unten sind gefährliche Gegner. Stattdessen muss man Angst haben, wenn man nur den Namen Nintendo erwähnt, dass man sofort irgendwie einen Strike kriegt. Und das ist sehr unsympathisch. ist noch so ein Schulkind. Äh, Mist. Mist. Ist auch noch kugelsicher. Au. Au. Da kommt die bütende Meute. Was ist das Shotgun? Dritte Form. Ist eigentlich die zweite Form. Ich kann nur zwei Formen. Ah. 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 Aber erst kaufe ich irgendwas von dieser Katze hier. Und zwar Odin. Ein traditioneller Wintereintopf mit Daikonscheiben gekochtem Ei und Konuyaku. Nehme ich. Nehme ich zwei. Ich hasse es, beim Einkaufen zu warten. Ach, du Ärmster. So, reinigen wir das Tor. Deswegen bin ich hier. Tor gereinigt. Und, oh, eine neue Kette. Eine Schutzkette. Was macht die Schutzkette? Schauen wir mal schnell. Inventar... Gebetsketten. Bogenangriffsschaden. Das hätte ich jetzt von einer Schutzkette ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber gut. Finde ich grundsätzlich cool. Aber der Bogen ist sowieso krass und Bogenmunition ist sehr begrenzt. Dagegen ist Windmunition all over the place. Wind ist meine Standardwaffe. Deswegen behalte ich lieber starke Windpower. Macht, finde ich, mehr Sinn. Öfter zumindest. Ach, jetzt verstehe ich's erst. Jetzt verstehe ich's erst. Das, was ich da vorher... Vorher habe ich doch noch gefragt, hä, was ist denn das da eigentlich am linken Bildschirmrand für eine gelbe Leiste, die da immer so erscheint und wieder wegsinkt. Das sind temporäre Bonis, die ich durchs Essen bekomme. Jetzt verstehe ich. Ah, da ist ein Laden. Da gehe ich mal schnell rein, weil vielleicht können wir hier Pfeile kaufen. Bei der netten Katze. Jawohl. Die nehme ich alle 13. Damit kannst du Gegner erstarren lassen. Ach was. Danke, Captain Obvious. Ich könnte auch Betäubungsthalis-Manne hier kaufen. Aber die sind auch sehr teuer. Aber ich rüste mich mal wieder voll aus. Wenn wir jetzt die Hauptmission weitermachen, wer weiß, ne? Wer weiß, was da kommt. Hundefutter haben wir noch genug. Diese Geistersammeldinger haben wir erstmal genug. Essen haben wir genug. Okay. Hauptquest. Ich komme. Na gut. Ich muss noch schnell die Geister wegschicken, die wir haben, weil wer weiß, wie viele Geister wir in dieser Hauptquest bekommen. Okay. Aber jetzt. Geister. Äh, Hauptquest. Ich komme. Ach, wie auch immer. Whatever. Hä? Hä? Ah. Essen. Eine Wacker-Cola. Die nehmen wir mit. Oh, in die U-Bahn. Los geht's. Bestimmt ein gruseliger Ort. Er muss hier lang gegangen sein. Da drüben. Ja, Moment. Wenn's da lang geht, geh ich aber erst den anderen Weg. Aber dann will ich erst gucken, was wir hier finden. Aber das ist dann wahrscheinlich ein optionaler Weg. Okay. Okay. Bis jetzt finden wir nur Geister und ein Geister-Telefon und Essensautomaten. Okay. Ich hab das Gefühl, das ist ein relativ großer Dungeon hier anscheinend. Nein! Ich kann die Geisterflasche nicht mitnehmen. Wartet mal kurz. Das ist irgend so ein grünes Geistergetränk. Mir fehlt ein kleines bisschen Lebensenergie. Das trinke ich jetzt weg hier. Schaden plus 10 Prozent. Das mag ich. Das ist mal eine Verstärkung, die gefällt mir. Eine vorübergehende. Notiz zum seltsamen Erlebnis. Gestern war ziemlich heftig. Ich bin völlig betrunken nach Hause. Hab versucht reinzukommen, aber meine Tür war wie eine Wand. Egal, was ich gemacht habe. Haben wir schon einen Yo-Kai kennengelernt, der genau sowas macht? Ich hab schon eine Theorie. Ich hätte jetzt gern so ein Spiel, das so ein bisschen so ähnlich ist wie das hier, aber weniger postapokalyptische Mystery, sondern eher so Detektivarbeit zu Fälle lösen, die man dann irgendeinem Yo-Kai zuordnen muss. Und dann muss man vor Gericht sagen, Objection! Es war in Wirklichkeit ein, ganz klar ein Tango. Weil nur Tango können so hoch fliegen. Und dann sagen alle, So ein Spiel fände ich jetzt ganz cool. Okay. Ähm, aber meine Tür war wie eine Wand. Egal, was ich gemacht habe, ich komm nicht rein. Also bin ich davor eingeschlafen. Das Ding ist, als ich aufgewacht bin, war die Tür da. Hat auch super funktioniert. Ich muss echt blau gewesen sein. Hätte schwören können, dass dort statt der Tür eine Wand war. Also wenn euch sowas mal passiert, dass ihr nach Hause kommt, seid vielleicht betrunken oder auch nicht, und dann ist plötzlich eure Haustür nicht mehr da. Sonst stattdessen ist da eine Wand und ihr kommt nicht mehr rein. Dann nehmt einen Stock, anscheinend irgendeinen Stock, irgendeinen Ast oder so, irgendwas und fahrt unten an der Linie entlang, wo die Tür sein sollte. Haben wir heute gelernt, das dürfte euer Problem lösen. Hat sich wahrscheinlich nur ein, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ihr Herr in den Westen verirrt. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ja, ja. Ich finde für jemanden, ich finde für jemanden, der dauernd predigt, dass Körper haben scheiße ist, hat der ziemlich viel Körper. Muss ich schon mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich den sehr glaubwürdig finde. Okay. Es ist hier ein bisschen umfangreicher und größer, als ich dachte. Ich glaube, wir gehen jetzt zurück und folgen dem Geist, weil wahrscheinlich führt der eh hier durch irgendwie oder so. Oder? Keine Ahnung. Blöde ist nur, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Ich höre Gegner. Ich habe nur noch fünf Windschuss. Also alles wunderbar. Okay. Habe ich gesagt, fünf Windschuss. Ich meinte natürlich sechs Windschuss. Das ändert alles. Oh. Lecker. Chiruko. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, hier muss ich lang, oder? Wahrscheinlich. Ah, ja. Gut. 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 Hier endet die Spur. Weiter. Vielleicht können wir sie dort hinten wieder finden. Gut. Au! Hat mich der Geist einfach gekickt. Enjoy Doomsday! Okay, gut. Aha! Ein Geistergetränk. Schon wieder. Aber... Ich hab zum Glück... Zum Glück hat mich das Mädchen noch mal gekickt, dass ich noch mal was trinken kann. Guckt, und deswegen find ich die Mechanik komisch. Weil jetzt hab ich wieder 0,4 HP mehr permanent. Nur weil mich das Mädchen einmal kurz gekickt hat. Ansonsten wär jetzt die Flasche, die da liegt, quasi unverbraucht. Ich komm wahrscheinlich nie wieder hierher. Hat keinen Sinn. Total nutzlose Flasche. Und so... hab ich mehr HP. Weil ich gekickt wurde. Das ist doch... Das ist doch ne ungewöhnliche Spielmechanik, oder? Das zieht doch nicht nur ich weg. Das ist doch... ... ... ... ... ... ... Ich würde hier wirklich gerne erkunden, einfach ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, hier gäbe es viel zu entdecken. Aber irgendwie ist alles so ein Labyrinth. Ich bleibe lieber auf dem Hauptpfad, glaube ich. Zumindest so im Großen und Ganzen. Ich meine, jetzt bin ich hier einmal im Kreis gelaufen. Hier habe ich jetzt hier alles durchsucht, glaube ich. Das ruft Erinnerungen nach. Ich mochte das immer. Ja, packt Spiele in meine Spiele. Je mehr Spiele in Spielen, desto besser. Ich habe in... Ich meine gut, Yakuza besteht zu 90% daraus, dass Spiele in Spielen sind. Und ich finde es großartig. Ein von KK verfasster Bericht. Aha, über einen seltsamen Schüler auf der Schnellstraße. Er wird dir zusätzliche Fähigkeitspunkte für Geisteskräfte gewähren. Was? Das ist ja nett. Verliere sie nicht. Können nützlich sein. Wildfighter! Sieht nach einem coolen Brawler aus auf jeden Fall. Wahrscheinlich eher ein Beat'em up oder sowas. Naja. Kekes Aufzeichnungen. Kekes alte Aufzeichnungen sind auf der ganzen Karte versteckt. Findest du sie, erhältst du Fähigkeitspunkte für Geisterkräfte zur Verbesserung deiner Fähigkeiten. Im Endeffekt kostenlose Level-Ups. Aber... Oh, und zwar einige. Ich glaube, ich habe gleich 20 bekommen. Kann das sein? Das ist aber nett. Da können wir jetzt was kaufen dafür. Ich bin dafür, dass wir Wind besser machen, ehrlich gesagt. Wind ist einfach... Man hat ständig Windmunition. Wind ist immer gut. Mehr schnellere Windpower. Wow! Die letzte Stufe kostet 40 Fähigkeitspunkte. Aber dafür habe ich dann endlich die Wind-Gattling. Die ich mir schon die ganze Zeit wünsche. Jetzt haben wir hier noch Blue Earth. Ein Space Shooter. Der Titelbildschirm sieht von all diesen Spielen gleich aus. Das ist... Interessant. Ach so! Aber da hängen ja nur Poster drüber, ne? Stimmt. Jaja. Da hängen nur Bilder. Das muss nichts mit den Spielen zu tun haben. Dead Drank District. Ich meine, das sieht am ehesten aus wie eine Resident Evil Referenz. Aber Resident Evil heißt im japanischen Biohazard. Und Dead Drank District wirkt für mich jetzt nicht wie eine Biohazard Referenz. Vielleicht ist es einfach nur... Vielleicht soll es keine Referenz sein. Ich suche immer nach so kulturellen Referenzen, weil ich mag die gerne. Aber ich glaube, manchmal sind es einfach nur Plakate. Ich dachte, ich bin super reich, nachdem wir so viel Geister gesammelt haben und Zeugs. Und dann konnten wir uns nicht mal eine KK-Notiz beim Händler kaufen. Ah, ich würde die so gern Stealth killen. Oh Gott sei Dank. Immerhin eine weniger. Die ist nämlich schlimm genug. Ich bin super. Ich bin super. Ich bin zu Okay. Wisst ihr was? Wenn wir schon hier sind, oder? Laden wir kurz unsere Seelen hoch. Ich kaufe nur das Nötigste. Danke. Damit wir es haben. Ich kriege echt Hunger bei diesem Spiel immer. Guckt euch an, wie köstlich immer alles aussieht. Schlimm. Unverschämt. Ja, okay. Lass mich doch mal fünf Minuten... Meine Güte. Die Welt wird nicht schneller untergehen, nur weil wir ein bisschen shoppen gehen. Ah! Was ist denn das da? Spiel, erklär mir das mal. Das würde mich interessieren. Warum sind da so komische Knöpfe neben der Toilette? Was kann man denn da einstellen? Was ist das? Ja, was ist denn das? Ein Messer. Makabres Messer. Die Lieblingswaffe von Hanako-san. Einem Geist, der auf den Toiletten japanischer Schulen sein Unwesen treiben soll. Okay, aber wir sind hier in der U-Bahn. Da hat er sich wohl ein bisschen verlaufen. Gut. Müssen wir jetzt in den U-Bahn-Schacht gehen? Wahrscheinlich. Aber ich will vorher mal kurz da hinten das Geld noch holen und die Munition. Und das da. Was auch immer das ist. Was ist das? Ja, was ist es denn? Frag doch nicht immer mich. Ich weiß es erst recht nicht. Eine Zuke eines Choki Obake. Na schau, wissen wir Bescheid. Sagt die Zunge etwas über unseren Gesundheitszustand aus? Die Taschenlopfe ist aber auch wirklich, oder? Auf Entfernung zumindest. Na, es passt schon. Passt schon. Ich bin noch nie auf Bahngleisen gelaufen. Ich schon. War Teil meiner Arbeit. Als Wachhund? Nein. Während meiner Zeit als Monsterjäger. Was ist das? Inagami-Mumie. Die Mumie eines Hundes, mit dem ein Inagami beschworen wird. Eine Art Hundegeist. Okay. Crazy shit. Ich hab Angst vor Geisterzügen. Ich bleib lieber... Noch mehr von denen? Da ist auch schon unser Empfangskomitee. Darauf könnte ich wirklich verzichten. Wo denn? Ich seh' hier kein Empfangskomitee. Ich seh' nur schon wieder... Warum sind denn hier so viele Geister-Energy-Drinks? Das ist ja ungewöhnlich. Aber gut, dann trinke ich noch einen. Äh, grüner Tee. Kein Energy-Drink. Geister-Grün-Tee. Ich seh' immer noch kein Empfangskomitee. Äh, ich weiß nicht, von was die reden. Oder geredet haben. Hätten da Gegner spawnen sollen? Oder was ist los? Versteh' ich nicht. Ein kaputter Laptop. Akte 178. Eine Aufzeichnung von einem Wissenschaftler, der über seine Tochter spricht. Ich find' das irgendwie echt komisch, dass man, wenn man die Sachen aufhebt, so nen... Ach so, das ist ein Audio-Log. Das ist was anderes. Aber bei den anderen Objekten find' ich es komisch, dass man beim Aufheben einen kurzen Text kriegt. Aber den vollständigen kriegt man nur hier drin. Zeig' mir doch gleich beim Aufheben den vollständigen Text. Also, wenn die sich jetzt dafür entschieden hätten, dass man beim Aufheben gar nichts angezeigt kriegt. Okay, meinetwegen. Aber das ist ein ganz komischer Kompromiss. Abspielen! Meine Tochter hat heute Morgen Pfandkuchen für mich gemacht. Allerdings besteht sie auf das englische Wort. Pancakes. Anscheinend setzt sich dieses Wort langsam auch in Japan durch. Ich habe eine Kollegin gefragt, aber die kannte es nicht. Vielleicht haben die anderen schon mal davon gehört. Aber egal. Die Pancakes waren echt lecker. Mein Fehler war zu sagen, dass es an den hervorragenden Zutaten lag. Das hat mir eine ausführliche Lektion über die Bedeutung von Timing und Hitze eingebrockt. Kochen ist eine angewandte Wissenschaft, hat sie gesagt. Meine werten Kollegen und ich sollten uns wahrscheinlich eine Scheibe davon abschneiden. Jedenfalls war ich stolz auf sie. Auch im Namen der Wissenschaft. Na gut. Ehrlich gesagt hätte ich das jetzt fast lieber auf Japanisch mit englischen Untertiteln gehört. Weil wahrscheinlich hat er halt das japanische Wopfpfannkuchen gesagt und so. Wahrscheinlich ist das wirklich so, dass sich halt auch der Anglizismus Pancakes gerade durchsetzt. In Japan. Nein, das war wertvolle Feuermunition. Lass doch einfach die Leute hier aufsteigen. Die tun doch nichts. Was passiert denn in dem Spiel, wenn ich ins Wasser springe? Kann man schwimmen? Ertrinke ich? Achso. Das ist einfach nicht sehr tief. Na dann. Oh. Es hat aufgehört. Was zur Hölle ist das? Ich dachte, das hat nur so die Form. Aus Stylegründen. Aber es ist tatsächlich ein Flaschenkürbis. Warum nicht? Kann man bestimmt bei den Katzen teuer verscherbeln, diese Collectibles. Also die Collectibles grundsätzlich auf jeden Fall. Aber bestimmt auch dieses. Aber jetzt wartet mal. Es ging nämlich auch nach oben, ne? Hauptquest. Ich komme gleich. Ich habe nicht gedacht, dass es unter Shibuya Höhlen gibt. Und die sind nie jemandem aufgefallen? Ernsthaft? Sie haben unter der Stadt im Verborgenen gearbeitet, um unentdeckt zu bleiben. Die Monster. Jetzt wird es aber mysteriös. Geheime Ausgrabungsarbeiten unter Shibuya. Und Unterwelt-Onigiri. Wie hoch geht es denn da noch? Mir sind diese optionalen Erkundungsgebiete ein bisschen zu groß. Ich hätte da gerne in den Dungeons eher so Schläuche mit Bäuchen. Mit ein paar kleinen Nebenschläuchen. Weil ich weiß immer nicht, gehe ich hier noch, bin ich schon komplett falsch? Oder ist das noch okay? Oder soll ich hier sein? Oder lieber nicht? Oder was ist los? Gehe ich jetzt an meinem Hauptmissionsziel vorbei? Vielleicht sollte ich umdrehen. Ich gehe schon ziemlich lang in die Richtung, ne? Aber keine Ahnung. Das meine ich. Das ist mir alles ein bisschen zu groß. Ich hätte da gern ein bisschen mehr Führung. Ein bisschen mehr Spielerführung. Weil vielleicht... Hier ist auch nichts. Das kommt mir sehr komisch vor. Wisst ihr, vielleicht ist das der Fluchtweg. Vielleicht muss ich jetzt irgendwas machen und dann muss ich über den Weg fliehen. Oder so, weil das Wasser steigt. Was weiß ich. Aber dann sollten die das vorher vielleicht abschließen. Damit man sich nicht verirrt. Gerade wenn man, so wie ich, keinen Orientierungssinn hat. Aber na gut. Runter mit uns. Das war's. Ein bisschen Munition sammeln ist wahrscheinlich nicht blöd. In dem Raum gibt es auch schon wieder so viele Ebenen. Und man kann so viel erkunden. Und überall ist nichts Wichtiges. Aber was, wenn doch... Das ist das Problem, das ich habe. Was, wenn irgendwo zwischen den ganzen Lebensmittelgegenständen, die ich nie brauchen werde, plötzlich ein Gegenstand ist, der total super ist. Nein, warum? Hilfe! Na gut, okay. Geben wir weiter. Ich gebe auf. Ich muss mich in dem Spiel wirklich damit abfinden, dass ich nicht alles sammeln und aufheben kann, weil es ist mir zu unübersichtlich und zu viel überall. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Es gibt auch keinen Abhack-Katalog, dass ich sehe, was ich schon habe und was nicht. Ich muss einfach jetzt ein bisschen weniger mich umschauen. Es hilft nichts. Ich mache das sehr ungern, dass ich mich jetzt hier so einschränke. Aber ich muss es tun, weil sonst werden wir nicht fertig. Und es führt zu nichts. Ich finde nur Nahrungsgegenstände, die ich eh nicht mehr mitnehmen kann, weil mein Inventar voll ist. Und du glaubst, er ist hier? Wenn wir Glück haben. Warte! Spürst du das? Der erste Bosskampf. Wahrscheinlich, oder? Du hast wohl einer auf. Das heißt, wir sind hier richtig. Bring mir ihn zum Leben. Oh oh. Was ist das? Das ist nicht richtig. Ich bin mir nie. Der Blockkampf ist auch okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pass auf. Was ist das? Das ist ein Schleiler. Das ist ein Schleiler. Ich weiß. Ach! So war ich! Aber du bist hier so ein Ding! Nein! Ich bin meine Freunde! Ja, aber ich hab gedacht. Ja, da hat er einen Schrei aus dem Stoß. Prallen meine Peile von ihm ab? Ach! Das ist meine mächtigste Superwaffe! Was soll das? Feuermager nicht! Oh-oh! Das war vielleicht nervig. Oh Scheiße! Was ist los? Das ist K.K.'s Körper! Der Mistkerl, denn gar keine Skrupel! Ey! Was ist denn jetzt los? Mann, lass es! Was? Wieso kämpfen wir nicht? Weil ich das bin! Er hat dieses Monster aus meinem Körper gemacht! Was? Was willst du von mir? Ich kann mich nicht selbst umbringen! Dann weg hier! Nein! Entschuldigung, jetzt zurück! Geh! Ihr Meinen Körperzimmer! Ich bin zurück! Achito! Achito! Du hast es wieder vergessen! Heute ist Mutters Todestag. Und an dem von unserem Vater warst du auch nicht an seinem Grab. Läufst du jetzt schon wieder weg? Nichts wird sich ändern, wenn du immer wegläufst. Ich laufe... Ich laufe nicht weg. Ich bin nur... Du kapierst es einfach nicht. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Kein K.K. Kann ich jetzt nicht mehr zaubern? Habe ich jetzt meine Power verloren? Aber warum bin ich noch? Dann ist er... Das heißt... Oh-oh. Sie sind weg. Meine Kräfte. K.K. K.K. Einfach alles. Was jetzt? Und Mari. Wie soll ich sie so finden? Und jetzt sind hier überall Gegner. Und ich habe keine Kräfte mehr. Und ich habe keine Kräfte mehr. Wenn Akito von Keike getrennt ist, anscheinend passiert das öfter, sind alle Aktionen für die spirituelle Energie benötigt, wird stark eingeschränkt. Akito kann im Kampf kein ätherisches Weben einsetzen und einige seiner Bewegungen und Erkundungsfähigkeiten können ebenso nicht eingesetzt werden. Allerdings ist Akito selbst im Alleingang auf den Straßen Shibuyas nicht völlig schutzlos. Unter anderem kann er nach wie vor Gegenstände benutzen, Geister mit Katashori absorbieren und Pfeile und Bogen sowie schnelle Auslöschung einsetzen, um Besucher zu besiegen. Gut, gut zu wissen, aber jetzt würde ich sagen, speichern wir hier und machen wir heute Schluss. Wir haben jetzt eh ganz schön überzogen, aber das passt auch, weil der Stream, der erste Stream des Monats, war auch ein bisschen kürzer als ursprünglich geplant. Aber das haben wir jetzt wieder reingeholt. Und nächster Stream ist dann der erste im neuen Monat. Da kommen dann nämlich die großen Einnahmen vom Twitch-Geburtstags-Stream mit rein in die Spendenleiste da oben am Bildschirmrand. Das heißt, dass wir da wahrscheinlich gleich mal mit zwei Riesen-Streams starten werden den Monat. Also der nächste Dienstag und der übernächste werden wahrscheinlich extra lang. Da werden wir viel in Tokyo Ghostwire schaffen. Und aktuell bin ich eher so darauf eingestellt, glaube ich, dass wir das Spiel jetzt relativ zügig durchspielen. Also nicht durchrushen. Ich möchte mich aber nur noch auf Nebenquests und Hauptquests spezialisieren oder beschränken. Weil dieses ganze Erkunden und Geister sammeln und so weiter habe ich heute gemerkt, das wird sehr schnell zur Arbeit und wird, glaube ich, sehr schnell auch ein bisschen nervig und frustrierend. Wir haben noch viel Spiel vor uns und ab und zu werde ich halt doch so ein bisschen natürlich Geister mitnehmen und was halt so auf dem Weg zu den einzelnen Quests liegt. Und damit das nicht zu schnell zu langweilig wird, will ich mir das sparen. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, jetzt machen wir dann immer alle Nebenquests, die verfügbar sind und dann die Hauptquests. So werden wir uns jetzt wahrscheinlich durch das Spiel wursteln, denke ich. Weil grundsätzlich macht es mir Spaß, aber die Open World und wie sie bestückt ist, das ist nicht, das ist einfach nicht besonders gut, finde ich. Aber es passt schon. Na schön, Leute. Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die vielen Bits. Und nächsten Dienstag geht es dann weiter. Gute Nacht. Ciao. 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 Ciao.